regenreifen drauf das ist schon mal ganz wichtig die problematik ist dass von uns einer in teamspeak in discord sein muss also ich hab den offen also der regen nimmt in der halben stunde ab also kannst du mehr werden so oder so wahrscheinlich pitten müssen früher also fahr mit 1 ansonsten hätte er ja noch sein mobiltelefon ich bin schon als ich habe schon 300 puls weil das unnötig kompliziert ist die safety karte gelassen soweit bescheid oder ich weiß von der virtus safety karte dass ich da mitmachen muss sonst weiß ich schon nichts also wichtig ist so gesehen wir müssen also das wird halt hier bei der boxen ausfahrt dann stehen sobald full cost yellow ist es halt müssen wir drunter auf 120 maximal keiner darf sich auch zurückrunden falls wir tanken müssten weil wir am ende unsere stint werden dürften wir zwar in die box aber nur zum nach tanken und zwar zehn liter danke an euch wer nicht war und eure unterstützung und in diesem sinne sage ich jetzt ich bin weg also wahrscheinlich werde ich noch mal fragen sobald das der fall ist ja genau ich mache das boxenluder also geil sagen klar oh ja in 30 minuten nimmt der regen ab und der rennstart wird dann gesehen nach der schikane bei dieser linie wurde auch die boxen einfahrt ist ja so gesehen wird er so wieder fortgeführt also das wird schon wild ich hoffe ich habe jetzt nicht die falschen drücke er müsste eigentlich hinhauen solange du überlebst ja geht somit er mir kein possiblich wird schon mag sich hier rüber ins discord und bleibt hier nur mit dem teams weg drin das ist ja okay also du kannst halt und das ist halt unter yellow du musst halt vorsichtig fahren und ja okay box sagt wir müssen vorsichtig sein du musst vorsichtig sein bis rutschig in turn 1 ach you don't say na gut das hätte ich jetzt auch nicht erwartet das wird mal ein heißer statu ich glaube das ist niklas nebenbei mit seinem lenkrad ja also regen hat es echt nicht gebrauchen muss ich sagen nee also wie gesagt ich denke wir müssen eh früher in die pits weil dass wir das denn nicht durchziehen können wenn es in einer halben stunde ab obwohl wenn es abnimmt ja gut es muss wirklich aufhören zu regnen ja stimmt ja dann fahr so deine ersten runden bis du dich locker angepegelt hast du ein bisschen map 2 einfach chillig und wenn du meinst du musst ballern dann ballast du also wichtig ist einfach so 20 minuten komplett zeit map 2 ist wichtig wie du es dir einteilst kannst du dir selber überlassen ich halte jetzt mal meine schnauze alles klar ich gehe heute auf jeden fall ich bin froh wenn wir das rennen gestartet haben und nicht noch irgendwelche wunderschönen dinge aufmachen ich hoffe euch viel spaß beim zugucken den werden wir auch warum muss ich ausrechtlich ins start fahren es ist jetzt nur der regen ist eigentlich so geht gut los man denkt jedes mal man ist top vorbereitet hat dann alles gedacht aber dann zeigt dir das rennen wieder das nicht so ist es gibt keine vorhersage aktuell muss ich gleich machen ich will noch ein start sehen ich mache das mal ein bisschen leiser wenn die glas das ist aber auch alles so unnötig unnötig alles hier mit discord pflicht und kein skin und mann 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 ich habe müssen wir echt mal gucken wie wir das heute nacht machen irgendwie ich habe dafür jetzt gerade aktuell keine lösung schon mal schauen werden wir irgendwie hinkriegen also eigentlich dürfte das gar nicht so das große problem sein naja bei mir ist es schon dramatisch weil ich das ja auseinanderhalten muss und wenn wir nur zu zweit sind dann muss ja einer quasi ich glaube viele denken halt einfach gar nicht daran dass wir halt auch in diesem ganzen kosmos dabei sind die die rennen übertragen weil was willst du jetzt mit remo machen remo wird ja kann ja nur eins von beiden aufhaben und nicht drei instanzen also bei mir wäre es egal ich kann jetzt noch ein rechner anmachen aber ist ja auch schwarz weißt du deswegen habe ich das so an dass das mal so zwischen tür und angel und dann immer so komische jede lösung sind weil was zum kuckuck muss einer 24 wenn im discord sitzt also ich meine zur not habe ich ja bis was soll ich halb eins mal letztens sind wenn das alles nach plan läuft und dann gucke ich einfach mal sondern bleibe ich halt noch ein paar stunden wach ich habe ja auch keinen mehr ja ich habe ja danach keinen mehr guckt wie lange ich durchhalte also das wäre jetzt eine möglichkeit deswegen vor allem ist das total bescheuert weil du den fahrer damit gar nicht erreicht weil der fahrer müsste ja theoretisch auch da drinnen sitzen dann also müsste der fahrer also theoretisch wäre das einfachste wenn jedes mal der fahrer bevor er losfährt in den links da reingehen zum beispiel das kann man tatsächlich machen wobei ich halt nicht weiß wie das ist wie viel die sagen was sie sagen manche fahrer kann das ja nerven dann hätten sie lieber einfach nur eine kurze info vom team oder sowas da ist jeder ja auch ein bisschen anders naja machen wir das beste daraus so können wir jetzt auf links aufgehen sind wir live in in ja oh oh krass die race app ist komplett umgebaut worden jetzt mittlerweile die die ja nicht race app wie heißt es denn ähm pitball ach echt ok ja ja da ist jetzt in der mitte sogar live stream drinnen und sowas krass kann ich das weg machen kann ich das leisten hast du einen link der ist im dokument mit drin ah das wäre natürlich zu einfach ja hier hier ja ja kann ich hier nichts machen bin ich jetzt nicht mal angebild oder in im account ich habe mich nie ausgelobt mhm mhm oh da hat sich schon wer gedreht naja hinten hat's schon geknallt Sorry, Chat für die Laune, das ist halt immer ein bisschen scheiße, wenn du vorher alles vorbereitest und dann so kurz auf knapp wird wieder noch irgendwas geändert und das funktioniert nicht so, wie es sein soll. Dann ist man immer ein bisschen stinkelig, bis sich das wieder fängt. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ist halt ein bisschen ärgerlich, weil das halt durch den Stream immer ein bisschen anders ist. Also wenn ich nur fahren würde, wäre es mir wahrscheinlich scheißegal, aber ich fahre halt nicht nur. Was ist das? So, kann ich jetzt das alte Pitfall-Design wieder haben? Darf ich das hier bearbeiten? Weil das ist ultra hässlich und scheiße auf dem Tapio. Leckt der Server so krass? Welcher Server? Der hier? Weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir haben so viele Regularien und Dinge, die wir beachten sollen und müssen. Es dürfen nur zwei Leute auf dem Server sein, weil wir dürfen kein Custom-Skin haben. Also lokal, also ganz großes Kino. Wieso kann ich das denn jetzt hier nicht mehr bearbeiten? Hat jemand das neue Pitball schon mal ausprobiert? Die App? Oh mein Gott, das ist nicht schön geworden, Pitball. Das ist Pitball hinter... Also jetzt schickst du wirklich hinter der Paywall bei Pitball. Weil lokale Skizzi ins Server belastet. Ne, bei mir sieht Pitball nicht gleich aus. Mein Pitball, die App ist anders. Nee, es gab keine Wette, Chat, weil gerade kein Mod da ist, der das machen kann. Und ich dazu gerade logistisch in meinem Kopf gar keinen Platz habe, um das zu tun. Sonst fange ich wirklich gleich anzutilten. Weil ich nehme mich immer noch eine Lösung zu holen, wie wir diese Problematik heute Nacht, wenn ich fahre, lösen können. Ne, ich habe nur die Free-Version-Dampfer. Was leckt, Bild? Ja, aber dann kann ich ja die ganzen anderen Features nicht sehen. Äh... Bild, Bild. Hast du mal, es ist ein Pro-Feature. Schön. Das Auto leckt irgendwie in und her. Ja, das sehe ich auch gerade. Ja? Mhm. Ah. Warte. Ja, wenn du mal drauf achtest, achte mal nur auf das Auto. Das Auto leckt. Ja, ich bin auch gerade festgestellt, dass das so ein bisschen... ...leckt. Zuckelt. Marco, ich grüß dich, moin. Marco, ich grüß dich, moin. Das ist ja auch, glaube ich, nicht der Gegner, wegen dem wir fighten müssen. Und das ist ja auch. Ja, aber... Vielen Dank. Hau rein Kevin, we stand! Fun fact, Spahn, der ist sowieso trocken. Ich glaube, Tobi auf Paul. Kann er mal richtig was reißen jetzt? Ja, Eels auf 3. Genau, Jax. Ja, ja, da ist ein echter Spieler unterwegs. Chat in Zukunft höre ich auf mich auf Rennen zu freuen. Also die ganzen Rennen, auf die ich mich freue, sind meistens nicht so prickelnd. Ja, es gibt jemanden, der versucht 24 Stunden allein zu fahren. Versucht jemand, ja. Mit ein paar Pausen dazwischen. Wenn er nicht Erster werden will, ist das doch okay. Ich weiß nicht. Freust du dich also nicht auf Bratwurst? Ne, also das Ding ist halt, wirklich jedes Rennen, auf das ich mich freue, endet so. Das 24 Stunden Sparrett wurde abgebrochen. Das hier, ja, weiß ich auch noch nicht so genau, was das hier wird, ehrlich gesagt. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ein Wetter schon wieder. Und ich schon morgen alle Rechner durchgeguckt, alle Windows-Updates ausgemacht, alles, alles durchgeschaut und dann kommt das. Oh Mann. Hey Dave, dankeschön für drei Monate. Was habe ich verpasst? Der leckt wie Sau. Achtet mal auf das Auto, das zuckelt immer übelst hin und her. Und noch so ein paar andere Regularien. Wir müssen halt, also, es ist Pflicht, dass einer im Discord ist. Ähm, also ein Mensch ist im Discord, weil da die Rennleitung drin ist. Das heißt also, dass das ganze Audio gedöhnt, so wie wir es sonst machen, nicht funktioniert, weil immer einer fehlt, sozusagen. Also jetzt gerade ist, äh, Vincent im Discord, damit er die Ansagen von der Rennleitung hört. Und wir können jetzt aber nicht so wie sonst immer alle miteinander reden, sondern sind immer so getrennt in allen möglichen Voice-Channeln und verteilt. Und wir dürften unseren Skin nicht nehmen, weil lokale Skin sind auch verboten, weil der Server sonst nicht. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Peace to me. Also da weiß ich nicht, was da dran ist. Keine Ahnung, weil ich kenne mich damit nicht aus. Aber, äh, das dürfen wir jetzt auch nicht. Und das wurde uns auch irgendwie so zwischen Tür und Angel gesagt, dass wir das auch nicht tun. Ah ja. Ich fahr nicht von ihm. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Peace. Schubi. Schubi. Dobi. Ja, wird schon gehen. Chat. Wir fahren das schon zu Ende. Jetzt ist also... Pit Ball ärgert mich heute auch noch. Das ist ja richtig kacke. Warum haben die das denn so gemacht jetzt? Die Jungs und Mädchen von Pit Ball. Why you do this? was kosten der schrunt kann man hier nicht irgendwie den stream aus und auf pause ja aber das fenster ist in der mitte immer da weißt du das heißt dieses fenster er ist das selbe piste macht auch betreise die zeiten unnötig man kann es danach auch nicht mehr ausmachen doch video aber dafür müsste ich mir pro kaufen leckt es für den fahrer oder es ist nur die perspektive ich habe keine ahnung niklas sieht gut aus sieht normal aus bei ihm ja regen wird weniger kalibar der skin ist lokal geladen in game auf dem server ist das auto schwarz einfach nur schwarz also es gibt kein skin der ist das auto ist einfach nur schwarz bei nick irgendwann mal bei mavic sieht auch nicht okay dann geht es ja wenigstens aber schwarz ist halt blöd für broadcaster und andere die 100 leute können gar nicht drauf sein es könnten maximal 64 65 leute du hast ja nur mit zwei mann also man darf nur mit zwei mann auf server sein also der spotter und der fahrer ist egal wir fahren ich weiß dass wir zu dritt sind wir brechen diese aus wir brechen diese regel bewusst weil weil ich also ich werde das rennen nicht gefahren hätte ich das nicht 24 stunden streamen können also so ein rennen fahr ich nicht weil ich da keinen bock drauf habe und deswegen brechen wir bewusst die regel gerade schon haben ob ich sag er weiß Ich verstehe, ich verstehe, ich stecke da nicht genug drin, um da eine sinnvolle Aussage zu tätigen. Ich verstehe diese, also es ist halt überhaupt nicht an irgendeiner Stelle streamerfreundlich gestaltet. Ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß nicht wie die Architektur im Hintergrund aussieht. Also mir wird immer zugesichert, die Server haben genug Power und dann gibt es Nitrado-Server. Ich nenne die Dinger jetzt einfach nur Nitrado-Server. I don't know, ich weiß es nicht. Also die Server in ACC sind wohl auch eine Wissenschaft für sich. Also die Server sind wirklich eine Wissenschaft für sich. Und der Großteil der Leute, die Server hosten, machen sehr oft sehr viel Stuss. Was ist dein Verbrauch? 3,63. Also keine Ahnung, I don't know. Ich weiß es auch nicht, Jett. Ey für Niklas leckt es wohl nicht. Läuft gut. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, du. Dizemo, Dizema, wünsch euch ein gutes Rennen. Dann fährst du ab der, ab 30 Minuten Rest und Zeit bitte Map 2. Okay. 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 monate danke an euch alle für euren support und unterstützung und in diesem sinne sage ich jetzt ich bin weg auf ein gutes rennen und viel spaß mit beides axi mess man sich sowohl auf dem server hochladen als auch ich glaube das geht nicht und 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 Sieh ins Bett gelegt, Max, oder? Bischof ist übrigens Marbecks, Leute, ne? Falls ihr das nicht wissen. Also, falls ihr das andere Auto sehen wollt, der wird wahrscheinlich auch gerade streamen, das ist ein Marbecks bei Twitch. Wenn ihr da auch vorbeigucken wollt. Seht ihr die Perspektiven von dem Essen hinter uns? Hey, Schoki, moin's, ich grüß dich. Und rey, nee, das können nur Mods, äh, Jax, mit Schauten. Aber du könntest einfach den Link reinzimmern, Jax, wenn du gerade Zeit hast und Lust. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, du. Der Chemiker sagt H2O. Was sagt die Hebamme? OH2 die Celo. Svenny, dankeschön für 88 Monate, Bagger. Äh, äh, müssen wir eigentlich noch viele, viele, viele mehr Subs aufholen von vorhin. Ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, wer, wann, wie, wo, wann. Aber vielen Dank für die ganzen Subs, Leute. Und die ganzen gegifteten Dinger und die Re-Subs und die Primes und einfach alles. Danke. Ist egal, lass uns dieses Thema Lecks und Reglement und sowas alles wegpacken, sonst wird das Rennen ein, ein meckeriger Clusterfuck. Packen wir das einfach beiseite und fahren einfach das Rennschritt. Moinsen, Maga. Danke an euch alle. Für euren Support für eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Peace to you. Schleichgecko giftet a tier 1 sub 2 cookie for you. They have given 235 gift Subs in the channel. Äh, nee, meine Uhr lädt gerade, Chad. Deswegen haben wir keinen Puls. Ich muss meine Uhr gleich holen. Ich muss ab heute Nacht irgendwie vergessen, die aufzulegen. Sorry. Nee, Safety Cars Rennleitung. Safety Cars Rennleitung, Chad. Jetzt ist Vincent die ganze Zeit alleine, ne? Der Lübbel. Wer redet mit Ja, mit Niklas ab und zu. Ja. Naja, er kann ja in der Theorie Nee, geht ja nicht. Er muss ja in dem Channel bleiben. Ich weiß, genau dass er. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Nee, dann kann ja keiner mehr mit dem Fahrer reden, ach das ist komisch, man, also normalerweise machen die meisten das ja über Teams-League, dass sie dann rein wispeln können in die Channel, aber Discord ist halt doof, weil du nicht zwei Instanzen haben kannst, so und du willst ja auch als Box und Crew willst ja mit deinem Fahrer reden und wenn dein Fahrer ins Discord geht, dann geht das ja wieder nicht und wenn wir heute Nacht zum Beispiel fahren, dann ist es gerade logistisch nicht möglich, dass ihr sowohl das eine als auch das andere hört, das heißt also ich werde nachher für die Nacht, damit ihr beides hören könnt, den einen Rechner noch extra hochfahren, der dann ins Team-Speak kommt, damit ich im Team-Speak Discord und im Team-Speak sein kann und ich den Team-Speak Discord hören kann und den anderen Team-Speak nur eher hören können, das ist halt super scheiße Halbe Masterarbeit drüber geschrieben, ja der Witz ist ja, morgen früh zum Frühstücksfernsehen, sind alle Rechner an und wir streamen zwei Streams gleichzeitig, weil dann kommt nämlich Stay noch zum Frühstücksfernsehen und dann habt ihr Frühstücksfernsehen und das läuft hier dann auch noch. Deswegen bin ich das, also diesbezüglich bin ich etwas pissig, weil ich das alles vorbereitet habe und jetzt aber jemand kommt und das alles über den Haufen schmeißt und ich das gerade in meinem Kopf lösen muss, damit ihr eine gute Experience habt, morgen früh der andere Stream auch eine gute Experience hat und ich auch noch eine gute Experience hab. Den Frühstücksstream gibt's auch morgen früh, ja, nach meinem Stilt gibt's Frühstücksstream. Ah, hast du es geschafft? Ja, ich habe, äh, und ich wage es nicht zu glauben zu sagen, ich habe Internet Explorer genutzt. Hahaha. Ich wollte, ich war gerade bereit für die andere Lösung. Ich wollte gerade aufstehen und auf dem Macbook, äh, Teams-Fickets studieren. Nein! Ja! Aber dann hast du es ja jetzt gelöst. Danke, Vincent, du nimmst mir eine Menge Stress ab, küsst dich. Ja, äh, apropos kurze Teamfrage, ähm, der Server leckt. Ja. Ich wäre, ich würde es vermeiden wollen, dass wir mit Mavics fighten, ich würde Niklas sagen, gern, dass wir ihn vorbeilassen, wenn es wirklich knapp auf eng wird, weil das Risiko ist, finde ich, zu riesig. Leckt das nur bei Zuschauern oder auch bei Fahrern? Nein, bei Fahrern, also für mich die Autos, äh, ja, ich meine, alleine mit diesen Pings, guck mal, wie die hin- und herwandern bei allen Autos, das ist schwierig. Ich meine, ich würde Niklas fragen, wie er, wie, wie sein Mut ist, ähm, aber ich wäre dafür, dass wir ihn halt notfalls vorbeilassen, wenn er, wenn er wirklich presch rankommt, weißt du, was ich meine? Ja, aber dann brauchen wir ja gar nicht fighten um nüschen. Es, also, wie gesagt, also, ich weiß nicht, was, deswegen ist halt die Frage, Teamentscheidung. Also, also, ich würde jetzt mal ganz ehrlich sagen, wir fahren ja Rennen, damit wir Rennen fahren und nicht damit wir 24 Stunden im Training fahren, so. Okay, ja gut, ne, passt. Weil 24 Stunden im Kreis fahren zum Training, das können wir auch ohne diese Veranstaltung machen. Ne, passt, weil dann, weiß ich, dann, genau, also Verbrauch ist er eh, dann, weil er eh so viel verbraucht, also muss er ab der halben Stunde dann mit zwei schalten. Wieso, bei wie viel, dieser? 3,63? Ja. Damit kann er, äh, ne Stunde fahren. Ich würde aber eine Stunde 20 Minuten fahren. Ja, ich denke, es sind sich eine Stunde 10. Achso, ja, tschuldigung. Ja, dann lass, also, ja, also ich knatter meine Sins nur durch. Ja. Ja, er soll halt einfach nur ein bisschen was rausholen hintenrum. Dass wir halt die Vorliste im Set haben. Also, wir sollten schon gucken, weil je mehr Zeit wir gut machen, sind wir bei, was auch immer passiert, können, äh, bauen wir halt davor. Und das ist halt wichtig. Weil, wenn ich danach fahre. Max, hör auf, solche Sachen an die Wand zu nageln. Sag ich dich nur an die Wand, du. Na, ich, äh, bin schon wieder. Hast du zu viel TikTok geguckt, nimmst beide Hände und, äh, legst sie dann von, von ihm oben an die Wand und küsst sie? Nur weil ich sie mit dir nicht mache, musst du nicht so eifersüchtig drauf sein, ja? Wo, 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 wo. Ich habe mir in der Schleichgänge das rausgeführt, dann haben wir ein Problem. Ich nagel hier nur einen einzigen Hund, das ist Schleichgänge auf dem Pony am Strand im Sonnenuntergang. Mit weißer Leinklamotte. Da kann ich ja mein Teamspeak schon mal ändern hier. Ja, brauchst du ja nicht zweimal drin sein. Ja. Dann kann ich das nämlich wieder laut machen. Schön. So. Aber Chat, ich habe ganz schlechte Nachrichten für euch. Meine Vermieterin hat morgen mich angesprochen und hat gesagt, Nils, ich habe Apfelkuchen gemacht. Kommst dir was holen, wa? Ich gehe mir mal schnell Apfelkuchen holen. Ich möchte kurz anmerken, dass unsere Kollegen, einmal der Tobi bei der SO gerade P1 ist und den netten Unicorns auf P2 aktuell in der SO auf Spaß und mit 10 Grad richtig davon. Bis gleich. Auf P1 edge. Auf P1 edge. Richtig geil. Ciao. War Big Stream auch grad nebenbei offen? Spionieren? Wie ruhig der Aston halt ist, ne? Ist das schon krass? Ich muss mal fragen, wie die Reifenverfassung ist. Oh. Also, wenn es so aussieht, Max, wirst du aber glaube ich keinen Regen haben. Ich hoffe es, weil ich äh… Also, er nimmt ja weiter ab. Ja. Weil ich fahre nämlich grad ein paar Regenrunden und bin bei… Pfff… …1217. Ich vermute, ich habe einen ähnlichen Regen eingestellt. Ja, warte mal. Das Ding ist ja, du hast keine Regenlinie und hier hast du eine Regenlinie. Und die Regenlinie nimmt dir halt sehr viel ab. Also wir haben auch nicht so… Wir haben auch viel weniger Pfützen dann. Ich meine, das ist jetzt auch egal in der Hinsicht. Ist es halt so… Für dich ist eigentlich das wichtigste Track-Bahn-Warnings vermeiden und einfach… Nein. Du musst auch nicht überdimensional blocken. Einfach nur das Autosave halt. Nein, ich weiß. Also das, was halt meiner Meinung nach uns in diesem Rennen gefährlich wird, ist einfach erstens den Eim im Regen wegschmeißen. Oder… Einfach die… 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 Die Kacke, dass wir im… Ähm… Ähm… Halt Track-Bahn-Warnings sammeln, zu viele. Da müssen wir halt immens aufpassen. Ja. Weil die haben auch in dem Essen hinter uns eine viel stärkere Team-Kombo. Also die werden wir auch auf Dauer nicht hinter uns halten können. Hey Nils, moin. Na P1 gerade. Ich verwundere gerade, wie Niklas da den… Was gar nicht mal so leicht ist, also… Ah. Manolia, danke für den Follower, herzlich willkommen. Einfach auch der Essen in halben Liter weniger verbraucht. Haha. Als ob. Fick weh. 3,3… 3 Liter 13. Alles in… auch Map 1? Äh… Ja. Ja, natürlich. Beim Essen… Beim Essen ist es nicht ein Auto, wo du Regenmapping fahren musst. Generell nutzt du ja eigentlich gefühlt kein Auto für ein Regenmapping. Also du fährst ja selbst mit allen anderen Autos im Regenmap 1. Achja, hier, da kann man doch mitwetten hier, da. Das fühle ich. Reiner. Gehen wir doch mal hier nochmal 20k rein, oder was? Ja, hier, mittelgeschossiv ist ganz so. Sind meine PP-Gäste im Chat. Ja, hier, mittelgeschossiv ist ganz so. Ja, Mercedes hat 120. Aber der saugt die halt weg, wie so ein Staubsauger. Ja, die Bremsen quietschen. Bei Rennwagen ist das so, dass die Bremsen quietschen bei der Hitze, was die da haben. Weil er quietscht? Ja. Achso, nee, Scrap. Okay, ja, jetzt. Ja, natürlich. Äh, Davusa, das ist die Frage. Ich sag einmal nicht ganz. Aber egal. So, wer da? Buden. Morgonen. Bei der Benz viel anders da dreht. Also, das ist ja komplett anderes Motorsetting. Ja, Nils, ich lese noch meinen eigenen. Was? Einer Lümmel. Nicht du. Es gibt leider noch andere Menschen, die Nils heißen. Achso. Tut mir leid. Danke an euch alle. Ne, heute ist es nicht von der Verbieterin, sondern von der Tochter. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Peace raus. Bitte ignorieren Sie mich. Ich putze hier nur. Danke. Die Tochter hat heute Kuchen gebacken. Da geht was? Da geht gar nichts, mein Freund. Der Kuchen essen geht da. Ne, keine Sahne, aber Maga. Das ist schon wieder üppig, das Ding hier. Nils ist frech, dass der Nils Nils heißt, ja. Das weiß ich auch nicht, was sie so ausgemacht hat. Wo, wo, wo und Spannung? Ich halte schon länger so. Ich bin 36. So, jetzt kommst du. Stimmt. Ja. Musst du jetzt mal einen anderen Namen holen, Nils. Was für Remo kauft ihr einen anderen? Boah, Maga. Das ist aber... Das ist aber... Tja, meine Damen und Herren, das passiert, wenn man zu seinen Vermietern immer nett und freundlich ist. Wenn man Sachen beim Einkaufen holt, oder wenn die Tochter mal bei einem schlafen darf, wenn man vergisst, die Tür zuzumachen, dann kriegt man fast jedes Wochen eine Kuchen rum. Und wenn man Zigaretten mitbringt, am Wochenende, wann man tanken fährt. Diese, die gehen jetzt aber schon eine relativ identische Pace, so. Das ist schon krass hier. Oh, halt. Michel. Werd erwachsen. Da geht nichts mit der Tochter und auch nicht mit der Vermieterin. Halt die Schnauze. Ich bin einfach nur nett und wohne hier gerne. Einfach wieder mal komplett über die Schwänge schlagen. Das Witzige ist halt, ich habe seit einem Monat denselben Teller. Also ist nicht mal meiner. Ich wasche ihn jedes Mal ab und jedes Wochenende wird er wieder vollgemacht. Oh, jetzt wird's wild. Oh, da kommt eine Überordnung. Ich glaube, der sieht den. Oh. Oh, das war üppig, du. Aber lecker. Oh, so mit Simchat und warme Äpfel, so ein bisschen Vanillegeschmack noch drin. Richtig schöne knusprige Streusel. Oh. Ich habe vom Hunger. Oh, weißt du, was mal viel geiler ist? Max? 12 P1 sind. Ja, das ist auch geil. Ja, das ist auch geil. Aber ich habe das ganze Essen vorpräpariert schon in Tupperdosen in der Küche. Ich habe Äpfel, Birnen, alles geschält und ready. Joghurt. Sehr gut. Oh, Sender dran. Hm, ja. Ich habe noch keine Tuchfühlung. Mit zwei wird das echt lustig. Oh. Ja, wenn dir das zu schwierig wird, Niklas, kannst du auch mit 1 durchballern. Das ist egal. Ja, das ist egal. Nee, es wird nicht trocken, Chat. Nee, nee. Das kannst du vergessen. Hey, vorsichtig. Also, ich bin schon mit zwei, ne, aber es ist gut langsamer. Ja, wie gesagt, wenn du sagst, es ist ein bisschen zu ungünstig, dann fahr mit 1 durch, das ist egal. Aber mit dem Spritverbrauch kommt der locker eine Stunde fünf hin. Also, wenn der 3,6... Also, ich fahr 3,6 neuen Spritverbrauch im Trocknen. Und fahr, äh, 63 Minuten. Niklas, Farben, Beins ist da durch. Niklas, Farben, Beins ist da durch. Ich weiß, dass er sich doppelt, Chat. Wenn er sich doppelt, dann redet er mit dem Fahrer, ohne die. Okay. Der Profi, wir fahren geht die vier zusammen. Sorry. Ganz gut. Ja, es soll die ganze Rennen regnerisch sein, ja. Ich habe auch so, dass wir wahrscheinlich 24 Stunden Regenrennen fahren. Habe ich zwar gar keinen Bock drauf, aber... Unmöglich. Super. Ja, habe ich aber gar keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, ich sag... Gelb. 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 Gelb, Gelb, Gelb. Vorsichtig. Ich sehe jetzt hier schon... Ich sehe es schon kommen, dass da jetzt... Safety Car... ja das wetter ist ein bisschen voreingestellt vom veranstalter her ich glaube das sind so regen fetisch ist oder so ich ja mal alle ihre badehosen dabei 24 haben ist der befehl sein für die stint weil die dankeschön für zwei monate schneide dankeschön für 45 und geko danken dass du cookie ein zugesteckt hast zwölf 13 sekunden gut ja die regen es ist halt krass diese regen pace das ist echt stark machen halt auch soviel zeit gut zu mir sagen ob es jetzt passt mit der mikrofon noch stärke ja ich habe gute ich habe heute schon ordentlich mittag gegessen habe es vorbereitet ausgeboten ich auch schon laufen alles besorgt was ich brauche also ist alles tippitoppi 27 maxi süßlich sind schon mindestens drei regentropfen weniger ist doch fast trocken ach stimmt tschuldigung na dann ist aber gar nicht so schnell trocken bin ich schneller ja wie gesagt es sind der regen ab und die regenlinie ist da und die regenlinie macht einen effektiven unterschied auch aus in der pace wenn du weniger pfützen hast wird schon wild langsam anscheinend wenn er schon so ein bisschen rauskommt was meinst du bändet testrunde ob ich schon gefahren bin heute ich bin heute noch nicht gefahren heute nur alles vorbereitet wenn ich ich gehe auch ganz stark davon aus dass es nicht regnet heute nacht wird sich können dass es nicht regnet es ist halt wurscht ja nicht bei wem es regnet hauptsache wir haben unsere sechsten also oder unsere fünf sind zum regen fertig dass es sich mehr ist ich habe es doch gerade anwendet oder was meinst du ich meinte deutlich wie drücke oder so rausgefahren ich finde heute nacht um drei erst dran dass ich glaube meinetwegen die lex support und unterstützung und in diesem sinne sage ich jetzt ich bin weg ich habe alles getestet heute die ganze checklist durch remu ist immer eine selbe nummer ich weiß nicht wie gut remu regen trainiert hat aber selbst das würde er schaffen ich bin gestern um halb elf eingeschlafen und heute morgen um neun wieder wach geworden also ich habe nicht vorgeschlafen ich habe auch keine ich glaube ich habe nur noch eine kleine kohle am haus also ich werde auf so einen scheiß auch verzichten ich werde wasser trinken ob es essen und so was das reicht völlig aus also das denke ich alles cool es ist mal interessanterweise auf spar kein essen in den top 5 was neues vielleicht gehe ich heute nach der stunde schlaf mal gucken jetzt hättest du ja die zeit ich bin vorhin aufgestanden ich meine doch nur mein körper funktioniert doch nicht ney vincent hat nicht gesagt dass kein essen in top 5 ist ney vincent war nur für wild hä ich rede ja nicht von zuzuka ich rede von spar der musste das glaube ich auch noch dazu sagen ey michael du alte bummsbirne was ist denn jetzt mit polrika fährst du da jetzt mit oder nicht in zwei wochen nein da sind gut gut schön dann brauche ich einen anderen fünften fahrer auf dich ist halt echt kein verlass mehr dich frage ich nicht mehr schön was kam was war das polrika ist über nächstes wochenende also nächstes wochenende ist acht stunden und danach ist wieder 24 stunden denn das glaube ich ein wochenende pause und dann wieder 24 stunden nächste woche ist aber am start der michael oder ja ja das ist dann ist das war der wir drei bin also du michael und ich auch gottes wird so wild dieses rennen ich habe vor einigen strecken respekt aber laguna seca ja das ist halt für mich der reifenfresser ist das halt ein reifen ist das halt noch schlimmer wie silverstone hättest du ja manipul ruhig mal aufmachen können aber wollte es ja nicht t 300 hätten wir bestimmt noch zusammengekriegt mit chat t 300 hä ich habe hier noch ein thrustmaster tmx pause feedback für dich wenn du möchtest ich weiß nicht mal was das ist das günstigste vom günstigsten was du dir holen kannst also war das jetzt so aber was funktioniert oder was ja das ist korrekt ich glaube da bleibe ich lieber beim mg 29 max aber danke für das angebot ja mal die polen reingestellt das stimmt ja profi wir fahren nächste woche laguna seca mit einem amg und ich stelle mir das sehr wild vor ja für den preis ist tatsächlich echt okay also wir wissen wenn wir haben wir noch zeit okay naja vinsel braucht halt ein bisschen länger um moneypool platz im feld oder profi du das weiß ich gar nicht es kommt auf die legerleiter darauf an ob die das halt noch erlauben oder nicht aber ich kann das mal abklären letztes mal sind ja auch rei und jay maxi als gaststatter angetreten richtig mal anmerken wir müssen nächste woche voll rein tippen na bist du das müssen nächstes nächste wochenende müssen wir rasieren damit wir dann werden könnten wir es schaffen in der top 3 zu sein ja wertung ja ja ob wir sind das lenkrad von zentren ist ja gut aber winzeln fährt ja nur so viel der kann dass ich auch mal er kann ja mal was ordentliches fahren ich kann so menschen nicht in meinem team haben die so anatec produkte besitzen und so einen anderen kram die kann ich leider nicht ernst nehmen außerdem außerdem möchte ich vincent seine reifen nicht immer doppelt stinten ich muss ein bisschen in meine nerven investieren mit euch das musst du jetzt einmal machen einmal musstest du mich auffangen auf deine zarten händchen wegtragen und jetzt schiebst du mir das hinten rein wie so ein messer ja weil ich nicht alle rennen alle reifen doppelt gesündet habe aber nein wir reden hier dass du meine reife fahren müsstest ja ja die sind aber ganz gut aus aber du hast damit ja auch so gut aber zum verantworten scheiße es war halt ein falscher 50er der reife satz du ergo kannst du auch nicht ernst nehmen naja bei dave ist das ein bisschen was anderes bei dave bei dave ist das ein bisschen was andere dave ist ja nicht per se in meinem in meinem team drinnen außerdem denke ich da auch immer nur ein bisschen an den stream weil dieses ganze rumgeklackern von dem lokalen stört ja auch schon langsam ein bisschen ich dachte wir machen hier noch separates asmr dadurch die scheiße will eigentlich keiner hören das ist genauso wie mit meiner stimme aber trotzdem trotzdem halten sie alle aus irgendwie das heißt doppelt stinken ein stint ist also ein stint ist von boxenstopp zu boxenstopp die fahrzeit und doppelt stinken wäre quasi zwei stints und hier ist das auch so dass der veranstalter sich gedacht hat 18 reifensätze sind ganz witzig für 24 stunden das heißt du musst reifen doppelt stinken was bedeutet du musst reifen zweimal benutzen also quasi rausfahren eine stunde und dann noch mal die bisher also nah hinfällig ist das jetzt noch nicht außer es regnet halten und stopp mal gucken clueless moin na ja brauchen nur zwei stints regen oder nicht nee wieso sechs sechs es müssen sechstens muss es regnen also mindestens sechs stunden muss es regnen damit wir keine reifen doppelt stinken betreffen alle im passbild ist soweit alles niklas reifen zum job ok wenn du da irgendwas brauchst dann so weit die bescheid noch aber super pace bisher also echt mega job es waren kannst du die reifen eigentlich fahren also du hast ja so profil tiefe schadet ja mit 30 du kannst sie bis ein du kannst ja bis 1 1 1,0 oder so fahren das ist wurscht dann magst die antwort darauf ist bis felge wenn wenn den schluss denn den kleid mehr also hat man keine keine gefahr dass irgendwie ehren punkte oder sowas kommt wenn man nur noch aber du kannst halt du bist halt mehr am limit weil du halt viel weniger profil ja gut klar regen weißt du gehen da versteht sich ja von selbst wohin das führt noch 70 minuten wir jetzt sind zeit der witz also deswegen der witz an der sache ist es gibt 18 trockenreifen aber regenreifen sind unendlich das heißt also ja du gut es ist ja nur dass du ja wenn wenn wir in multiplikator drinnen hast und irgendwas keine ahnung was die eingestellt haben kannst du schlecht sagen okay wir gehen mit 18 sätze ja gut doch ja doch ja doch ja der fonds hat auf jeden fall sehr guten ping der bieb nebenbei ihr tier an so glaube aber daher kommt aus einem anderen land mit dem namen so das ist ja also das rennen sehr international das muss man ja mal dazu sagen ich meine wir haben hat dann schon mal zwei zweistens hier weg dann fehlen nur noch drei weil wir können uns ja eh über das 24 ein kompletten stint locker sparen wir sparen ja so gesehen doppelt so viel zeit jetzt auf zwölf stunden als wie ein bisherigen rennen versteht das ist ja das ding ja wenn wir diese map 2 sache fahren nee nee ja also wenn wir halt unsere stints halt ausnutzen komplett das meine ich halt wenn du halt natürlich schaffst okay du merkst bei den stints okay gut ich schaff das mit fünf oder zehn minuten map 2 fahren dass wir die stints voll kriegen dann machen wir das weil diese zeit das ist halt geschenkte zeit weiß was ich mein diese fünf runden was du da fährst auf map 2 ja gut also ehrlich gesagt weiß ich nicht aber ich habe auch nach zwei sekunden aufgehört zuzuhören ja nicht das erste mal es geht auch du fühlung wenn man nach mein anderer nachbar hat mich jetzt hat mir jetzt geschrieben und war ist neidisch dass ich mir kuchen von der vermieterin geholt habe gutes nachbarschaftsverhältnis boris beutel euch auch spitzen nachbarschaftsverhältnis ich saß euch ja nils es ist halt wirklich so also du fährst hat eigentlich einst sind und die reifen sind tot also zumindest das nach mir geht sind die reifen zweifach gett ermordet worden so aber doch macht sein selbst doch doch der schaut jetzt jubi mein nachbar ist mein tisch tennis profi kollege und auch gleichzeitig einer meiner größten fans geworden michael der plan wären 21 stops ja zweiter plan so 20 kriegen wir nicht hin aber 21 22 pitstops werden so das ziel die karl ist ja nur schöne grüße übrigens an dich karl karl ist ja nur der guckt ja immer heimlich racing content der lüppel ja mich du ganz ehrlich das mal wins strategien machen das hebeln wir nachher einfach in zwei minuten wieder aus und dann ist gut als weiß gut einfach nur nicken ja sein die winzsche strategie genau im windschatten eine sehr erfolgreiche umsetzbarkeit in schatten wo der nicht gut ich agiere heute aus dem winz schatten schön oh gott oh der hat mir gefallen der hat mir sehr gut gefallen das ist ein insider der existiert schon bei uns drüben seit jahren kommen sie immer sagen wenn wir so in forsa runden gedreht haben da kommt immer oh nee da kommt der winz hier das erwitschatten an ja dann behalt den scheiß witz noch einfach für dich und lass dich nicht in die gruppe integrieren du arschloch hatten wir ja schon seit jahren ich bin halt ich bin halt wie so eine packung pralin nee das war eine neue überraschung nee nee du bist nicht wie pralin wieso nicht du bist wie ein furz manchmal bist du ein schurz und manchmal geht er gut raus und der war eben grad mit land jetzt hat man dich im stream integriert wollte ein neues meme kreieren dass menschen nicht immer nur auf dem hässlichen staubsaal rumhangen da sagten wir schon wo ja an merkt sich halt ja gut dann ist es halt so hey hardy man danke übrigens für zwei monate macker willkommen zurück wenn ich bin das so weiter geht machen wir ja wirklich die 2.000 erfolge heute schon schön topi dann merke ich ja gar nichts mehr von den 20 prozenten die sich twitch einfallen lassen hauptsache mit 200 auf der autobahn nice hey danke stuhlsen nachts um vier übrigens aber damit willst du ja schlafen nachts um vier jetzt ja ach ja bubu ach ja bubu okos moin oh okos hast du gewechselt auf pc auf pc oh sehr schön vorbeigelassen der audi aber moin sind macker redewil danke für sechs monate macker schade dass ich heute die tag team channel so ich mitfahren kann hätte echt bock ja max fährt die heute noch ne ne remo remo fährt die wollte maxi nicht auch fahren äh ne ne ok also ich hatte ganz am anfang vor den jay zu fragen aber der hat keine zeit sonst wäre ja auch hier dabei gewesen ja jay den haben wir verloren ja an formel 1 da haben wir auf dieses superlaser gescannten strecken in formel 1 kappa du meinst die die so breit sind wie eine 5 spurige autobahn und dann nochmal eine 3 spurige autobahn mit dazu kommt da da wurde auf einmal so denkst du kommst diese hügel auf einmal ja was machen sie da so wenn du dir mal sparen f1 21 an guckst zu kotzen sieht das aus naja es ist ja auch man muss ja auch dazu sagen es ist ja auch mehr für den spaß das ist wirklich auf betrieben aber hey das wird nur betrieben weil die formel 1 also ich weiß was die beiden machen aber klar das ist richtig nein das ist nicht witzig durch an die box halbe sekunde vergiss ich dass der regen weiter weniger wird also naja aber trotzdem sehr schön ist also wirklich krass gefahren war halt wild an der stelle ja also vielleicht jetzt haben wir einfach vielleicht zwei gute labs also out labs mit dann wird das wieder aber trotzdem sehr schön gefahren die klasse schon nicht etwas willst du reporten niklas hätte da nicht unbedingt reinfahren müssen jetzt mal 2 sens wie lange hast du noch 4 4 ok weil dann hast du gleich clean air gewissermaßen die schuld von im selben raus fährst das ist super immer bisschen haben zwar ein aber du musst es halten können sehr schön jetzt schlimmer sein könnte ja ja gucken wir das gerade noch mal gleich noch mal geführt ein nils dankeschön düster riese dankeschön für fünf fragen vielen dank ist nichts also ich will nicht zum reporten nicht deswegen ich wollte nur gucken was passiert ist dabei also wenn wir das reporten dann wahrscheinlich selber ja das stimmt ich halte nicht viel vom reporten ist passiert weiter geht's mal gesagt im ola maga du hast im ola nicht dabei sagen also seid ihr also ab ab letztes gewollt wird alles report aber alles das waren aber nicht die die uns unsittlich angefasst haben oder das war anders da war es wirklich also ja im ola sind wir gleich auch bestimmte sein also niklas hätte nirgendwo anders hingekommen das ding ist seit links der bmw der backmark oder was auch das war hat keinen platz gemacht und rechts war halt ja oft der auf track die waren beide der linke bmw hat platz gemacht niklas ist reingefahren und der andere bmw war außen liegt das wollte durch und der andere bmw muss ja auch irgendwo hin und dann wurde es halt enge das ist ein stück nach rechts rüber gefahren der bmw hat ihn angeschoben ich persönlich für meinen geschmack wäre da nicht reingefahren er zugemacht für babix und wäre dann danach vorbeigefahren es war halt einfach viel zu eng für drei leute also bis heute nicht so cleverer entscheidung gewesen da in die zwei reinzufahren denke ich also ich sag halt der der offtrack bmw hätte halt er war nicht auf track bmw der war und trägt so ja 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 die waren alle und ja das ja dann links und rechts direkt am rand aber eine blöde entscheidung aber es ist eigentlich jetzt egal theoretisch wenn wir jetzt drei gute outlabs haben dann ist es ab dem pitstop wieder safe für uns also es kommt jetzt darauf an wie gut niklas jetzt sich da jetzt wieder einführen kann selbst wenn das ist ein ersten im regen den können den haben wir so oder so nicht halten können auf dauer und das war aber es trotzdem so eine krasse pace die er geht das ist halt wir haben keine clips hier chat clips und aus bis die dmca thematik endlich mal vernünftig geklärt ist am max ich glaube schon dass es weiter noch regnen wird musst du fährst naja können wir gut vorstellen das habt ihr gesagt nicht ich hier ist auch okay mittelstark und der nimmt ab das bedeutet du wirst leichten regen haben ja also wie gesagt eben ohne die etwas trockenere rennlinie bei unter 2 17 mit der trockene hoffe ich auf 2 14 zu kommen keine ahnung auf der strecke halten oder zumindest sich eindämmern und keine track hat zusammen so gut es geht also wenn niklas auf eines bock hat dann ist es auf der 130 jahr driften gehen holy shit ich glaube das sieht nur so aus bei so quer wie er da fährt also schon die ganze zeit ich glaube nicht wird spannend zack 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 3 2 1 wieso sammeln ich katz neafiger jetzt hör mal auf ich krieg das auto halt immer mit drei katz so sieht es aus ich sammeln keine katz ja ja drive-thru das ist schon klar halt die schnauze ich habe das wortspiel kann ich gebracht oder ich habe das kann nicht lesen müssen aber der server macht mir echt ein bisschen sorge zwar mir schon ab dem moment klar wo wir das regelwerk gesehen hat dass es so aussehen wird server nicht stand halt so nicht in diesen wo hast du das gerade mit dem mclaren gesehen der machte da kein strass drum übrigens leute niklas auch live also der fahrer falls ihr das fahrer perspektive sehen wollt einfach weiter den stiefeln das macht uns sehr sehr super der die ganzen sachen sind im sheet drinnen zehn sekunden noch mal verloren das ist doch mein gott wir hatten jetzt hier eine penalty eigentlich bekommen ist eigentlich geil wir sitzen eigentlich nur in diesem discord drin um dass wir die info erhalten ob eine safety car kommt sonst gar nichts kann man das nicht aufbinden chat macht auskampfs werden auch nicht gepostet kriege ich ja kriege ich echt wieder sind chat muss dem ist gerade vor mir ein auto verschwunden ja genau das ist gerade passiert ja das ist gerade passiert ich suche ihn auch noch aber vielleicht kommt da gleich wieder auf ok interessant das habt ihr auch gesehen bist du ja ich bin in deinem chat ich hatte denn die sie ist noch um server warum sind wir denn jetzt auf einmal wieder 34 leute folgen waren wir 32 jetzt und 34 magic server ist der wizard also ich möchte mal die also ich würde jetzt wirklich mal die frage stellen hält das 24 die nächsten 23 stunden ja klar es gaben connection lost gaben connection lost ah ok not rotten dc das habe ich gerade hier im rest chat gelesen ok eh was jetzt da fabio im moment wenn ein team reportet dass sie disconnect haben aber sich dort irgendwie doch nicht sicher sind ob sie einen haben hm das ist hier so eine wundertüte das rennen ist wirklich eine wundertüte alter mal gucken also die wundertüte ist schaffen wir bis morgen anzukommen oder nicht ja das ist halt wirklich schaffen wir es oder schaffen wir es nicht ist hier die frage ja autos verschwinden tauchen wieder auf fahrzeuge connecten und wieder doch nicht mit so ein neuer harry potter zuzuka ist das dann so das ist die harry potter zuzuka edition ja genau so haben wir auf einmal so diesen tarnumhang von harry potter schmeißen die übers auto drüber ja 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 ich hatte die klappe ja du fährst nachher gleich ich fahr um 3 uhr in der nacht und morgens um 9 ja gleich ich fahr morgen ach stimmt ja ich hab sie so gelegt wegen der tagteam challenge und dass ich nicht hier in der nacht fahr bei nacht fahr ist ja wo es geht ja du bist sowieso viel zu klein du musst schlafen kannst du brauchst deine schönheit schlafen will kammer ja maga bei mir ist mit 36 alles verloren bei dir ist noch alles drin maga du kannst noch george clooney werden also verstehst du wie ich meine ich bin mein eigener george clooney alter ja wenn du müll einmal aufmachst und aufs spiegelbild guckst ja dann vielleicht aber bruh der war frech der war wirklich frech der war wirklich frech jetzt wir wissen beide dass du in deinem schrank im altar vor mir stehen hast ja und mich anbetest wie deine göttin das sei nicht so aber wenn ich meinen schrank aufmache dann sind da t-shirts drin und 5 hosen und das war's mehr nicht und in dem anderen schrank sind lady produkte da falls ich mal jemanden zu besuch habe aber nichts von dir außer natürlich möchtest du irgendwie lady deo roller sein oder so oder irgendwie eine packung ob es das kannst du dir gerne aussuchen ich überlegs mir sieh denn wundertüte von eis.de bestellen und reinstellen dann hast du was auch auch an der buse habe ich nicht jetzt die hallo ist denn eigentlich ach achten dem machen pfeffer es abgeflogen so die war noch gar nicht dass die beiden bmw ist wieder ja 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 zum pfeffer ok oder ist der im arsch der eimer aber es geht ein stiefel die frage wie gut haben sie hinter uns auch gut das stimmt das winzeln da sehe ich auch ja das bin ich staubsauger gehör geht auch dann im kopfhörer packt ihr an dein handy und fahr dann einkaufen dann hörst du es in podcast form das ist für staubroboter das ist mein staubsaugerroboter schön vorsichtig jetzt ganz ruhig brauner habe ich nicht ein roboter denunziert ich habe nur die wortanspielung ein bisschen so besser ist auch besser immer ja entspannen wir wissen wir wie viel gerade sind 28 31 film als ich bin als ich war 26 31 ich finde es ja so witzig das regen nimmt halt seit anderthalb stunden ab aber irgendwie hat nichts getan ein bisschen milligramm also die regendichte halt ja drei tropfen weniger pro bild das stimmt aber hey es sind drei tropfen weniger ja es ist das abnehmen der regen das stimmt schon kennt man die genauen settings vom regen ne bestimmt nicht oder aber das ding ist wir haben halt noch dieses diese drei reihen und wir müssen auf diese diese 1,5 reihen runter weil dann wird es richtig gut also das ist ja noch mittlerer abnehmen der regen also wir sind nur nicht bei wenig regen gefühlt minus 3 äh 3 dps drops per second ja mhm die nummer eins ist das sc was meinst du mit nummer eins heftig das ist heftig das ist heftig ach so ja das ist heftig oh die nikon so flach führt sogar das wäre geil affiger ja also wenn es jetzt wirklich 6 stunden regnet und dann 18 stunden kein regen mehr dann bin ich damit auch fein na geht so ich glaube nicht dass das halt passiert also ich muss ganz ehrlich sagen ich verstehe immer mehr warum leute kein regen in sim racing haben wollen also ich fahr ich fahr gerne regen aber regen in sim racing ist halt so absolut unberechenbar und wenn du jetzt beispielsweise im realen leben fährst dann kann es halt schon anfangen zu regnen aber die wahrscheinlichkeit dafür ist halt wie sagt man berechenbarer als hier ein nein muss ich dir leider widersprechen weil erstens relativ oft die nordschleife wie auch das letzte 24er spar gezeigt haben wie krass da der regen kickt also das sind ja dann auch zum beispiel ja entschuldigung können wir aber mal bitte von strecken sprechen die nicht in der umweltzone cluster verkleben das wäre super schön also sowohl geografisch liegen die dinge halt einfach in gebieten wo du damit auch rechnen kannst wenn du jetzt aber als beispiel weiß ich nicht einfach mal butthirst nimmst dann kannst du da ungefähr ausrechnen und weiß die wahrscheinlichkeit ob es regnet oder nicht und das kannst du in acc kannst du das nicht so bestimmen Und das Problem an der Sache ist ja, dass die Leute im realen Leben darauf noch Einfluss nehmen können und auch noch beim Boxenstopp etwas ändern dürfen, sodass es angepasst an den Regen ist. Das kannst du aber in ACC nicht machen und das ist sehr problematisch. Selbiges gilt für Reifendrücke, die kannst du auch nicht einfach so ändern. Also im realen Leben hast du mehr Hintergrunddaten für Regen als in ACC. Und dadurch, dass dir das in ACC halt fehlt, ist es halt eigentlich Regen total beschissen, um es auf den Punkt zu bringen. Ich finde auch diese Darstellung, wie einen Impact der Reifen im Regen hat, finde ich tatsächlich ein bisschen komisch, weil auf den 24er, da sind die halt da mit den Autos da über diese bei Regen drüber geräubert gefühlt. Und wenn du hier halt einmal zu viel auf dem Kopf bist, bist du halt tot. Ja, das stimmt. Und das war halt irgendwie auf Spar, also zumindest auf Spar, was ich da sehen konnte, mit Regen greifen halt nicht so. Und das fand ich jetzt schon so, okay, wo ich mich frage, stellt das denn ACC wirklich so richtig oder gut da? Weiß ich halt nicht, aber es ist so eine Frage, die ich in den Raum stelle. Sag mal, Leute, kann man Pitwall schon ein Jahr im Voraus bezahlen, Fragezeichen? Oder geht das nur monatlich? Weiß das so, wie jemand, hat das schon mal jemand gemacht? Ah, sehr gut, dann mache ich das gleich mal, weil mir dieser Stream in der Mitte geht mir so offen sagt. Und ich möchte aber Pitwall gerne benutzen. Dann kriegen die ein bisschen Knete. Das ist ja auch schön, was sie da machen, nicht wahr? Ja, uns fehlen halt die ganzen Sachen, wisst ihr? Also, was Regen halt sehr unangenehm halt macht. Also, wir jetzt, die außerhalb sitzen, können für Niklas im Grunde genommen nichts machen. So, wenn jetzt, sagen wir mal, sagen wir jetzt mal einfach, wir würden uns darauf einstellen, wir würden trainieren und irgendjemand sagt, 20% Regenwahrscheinlichkeit. Ja, was willst du mit 20% Regenwahrscheinlichkeit dein Setup jetzt auf Regen stellen? Auf einmal ist dann Pissbot 2 2 Millimeter höher, darauf verlierst du halt die Pace auf die anderen und dann regnet es nachher doch nicht. Ja, genau. Und das im Rennen selber wäre das ja möglich. Also, du könntest dich da auf diese Eventualitäten vorbereiten, da du mehr Hintergrunddaten hast und darauf besser reagieren kannst. Aber wir können darauf halt einfach nicht reagieren. So, und jetzt in einem 24-Stunden-Rennen hast du halt, sagen wir mal, es kann irgendwas mit Regen-Dingelingen passieren, ja. Wie willst du dich darauf einstellen? So, wenn du jetzt sechs Stunden gut vorbereitet bist mit deinem Setup auf Regen und dann nachher aber den Rest, die 18 Stunden voll abscheißt dagegen und darauf nichts ändern kannst oder, äh, das, also, dass du nichts ändern kannst im Boxenstopp, ist halt scheiße so. Deswegen mag ich, also, ich fahr super gerne im Regen und ich mag auch Regenrennen, aber im Gro, also, so im Großen und Ganzen sind Regenrennen eigentlich so gut wie fast nur Glücksspiel. Danke an euch alle. Keiner. Äh, das Start war nicht so wild, der Start war sehr chillig, also, das einzige Ding, was halt bisher passiert ist, war, dass wir halt einen Dreher hatten, bei dem Pitstop. Jetzt, ja, sieht's aus, ja, mal gucken. Dankeschön, Stolzen. Enten, Jungen, dankeschön für 9 und Yoga, dankeschön für 11. Es wäre ja zu cool, wenn wir, äh, also jetzt von außerhalb die Leute, und ich weiß auch nicht, warum das drin ist, ich glaube, das geht sogar in, ich hoffe, iRacing hat das eingebaut, dass, ähm, jetzt beispielsweise Max, äh, Winzl und ich können jetzt von außen die ganzen Telemetrie-Daten einsehen und, äh, wir könnten für, äh, Niklas die Reifendrücke einstellen und vielleicht halt das Auto sogar, so kleine Nuancen anpassen, so, dass wir halt dieses taktische Element Regen auch taktisch nutzen können. Jetzt hat der Fahrer sich nicht damit bemühen muss, alles selber einzustellen, oder sich Gedanken machen muss, sondern wir das für ihn präparieren können. Das bringt ja doch einen Immerschuss sehr schnell raus. Und das wäre, das wäre tatsächlich sehr schön, ja. Ja, wenn wir dann Regenrennen halt auch viel, viel geiler, so. Also Regenrennen sind schon geil. Sehr, wäre es viel schöner. Wird er noch, oder? Es wird's generell, glaube ich, viel angenehmer machen, wenn du halt als Fahrer einfach sagst, so, hey, äh, wenn du halt über den Stream guckst oder siehst, okay, die Reifen werden automatisch angepasst, ähm, wie viel Tank man fahren muss, oder wenn man halt sagt, okay, hey, hier kannst du weniger bremsen oder so bla bla, dass man da halt so dieses Feedback, dass man halt auch so diesen professionellen Funk machen kann, weil hier ist es halt nur, ja, drücke, ja, das und das, und dann musst du noch diskutieren und so Sachen, weil du halt sich da austauschen musst in einer gewissen Art, das ist halt blöd. Mal gucken, vielleicht machst du es ja in, äh, AC, äh, AC2 noch ein bisschen anders. Könnte jetzt vielleicht sogar in eine Safety-Köpferse kommen, aber ich bin mir jetzt dann noch nicht sicher. Achso, nee, die deployen das Safety-Köpfer nur bei Crash, okay. Ich glaube, ich werde da umsonst in diesem Channel sitzen. Ich habe schon überlegt, ob ich auf meinem Macbook, äh, ins Discord gehe und den einfach so einstelle, dass der hier reinredet, wenn da was kommt. Ja, passt, ey. Doch. Du musst ja nicht, du musst ja nicht replyen in der Hinsicht. Das ist ja nur, äh, wahrnehmen. Ey, Vincent, das können wir halt wirklich machen. Ja, mach doch. Funktioniert der, 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 der Chat. Äh, von Gott in love, von Gott in love. Ey, Maga, das war ja der beste Einfall, den ich je hatte. Warte mal kurz, denn, nee, scheiße, das kann ich nicht. Weil, dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich, ne, warte, 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 warte. Ich muss für irgendwas... Was sind die besten Drücke für den Ringreifen? Äh, 30 ungefähr. Scheiße, ich glaube, ich kann mich auf zwei Rechner im selben, mit der dem, selben Discord-Identität, äh... Doch. Doch. Du musst es wie ich jetzt machen. Ja, aber die App dann... Über die Webbrowser-App. Dann geht das. Gleich wieder da. Da haben wir jetzt das losgeschoben. Ja, kaputt, nix. Das ist, ja, ja. Also, ich bin sehr gespannt. Der Niklas hält die Pace nach vorne. Also, der hält gerade den Abstand richtig gut. Aber ich glaube halt, dass wir... Ich glaube eh, was haben die auf dem Auto eigentlich sitzen? Hier, ein Schlüter, ein Raditzchen, ein Kek... Ein Kekslauter! Ach, guck, ach Gott, das wäre natürlich... Ja. Äh, Achtung, auf Track links. Ja, schau, schau, schau. Ja, schau, schau. Ja. Einmal von deinen Drücken so 29,5 oder so ungefähr mehr, oder ein bisschen mehr an, weil du halt, wie gesagt, mit Regenlinie, also mit dieser Regenlinie plus, minus halt den Atem in den Regen halt auch viel höhere Temps kriegen wirst. Ja. Also, peil mal 29 Mitte an. Jo. Das sollte funktionieren. Also, 29 Mitte sind so diese Idealwerte, wurden wir gesagt. Und wenn wir dann bei dem ein bisschen höher sind, selbst plus 31, ist das noch in Ordnung. Ich frag mal kurz Niklas, wie er die Strecke empfindet, oder was er sagt. Ne, ich auch selbst schon mal gucken, bin auch so ein Pfeifer. Was ist denn hier der Huhn? Das sieht gut aus, eigentlich. Niklas, wie verhalten Sie sich da die Reifen, Temps, bitte? Äh, Temps ist ne gute Frage, Drücke sind 36 vorne, 34 hinten. Werden die jetzt schon ein bisschen wärmer oder bleiben die so gleich die ganze Zeit? Ja, eigentlich die ganze Zeit relativ gleich, ein bisschen höher als am Anfang. Okay. Ja, weil wir überlegen, wann für den Kommen nimmst der Max gegen den Krupp, wenn ich ein bisschen weniger nehm, weil er dann nochmal abnimmt. Und ich glaub, die werden dann auch noch ein bisschen wärmer, denke ich, mit der Abnehmung dann kriegen. Ich guck mal, wie es am Ende wird, also minus ein PSI auf jeden Fall wahrscheinlich. Mal gucken. Okay. Bin gespannt. Ich bin ein PSI schon runtergegangen, geh ganz mal am ersten Sint. Okay. Aber langsam wird es immer noch zu hoch. Ja, ja. Gucken wir das, äh, da haben wir das nochmal im Blick. Aber da, gut fühlen. Am Rote fühlt sich sonst ganz gut. Ja, also du machst auch ne super Pace, also du verlierst nichts nach vorne und baust noch ein bisschen aus. Also, es ist wirklich sehr stark die Pace gerade. Respekt. Du musst in den Teestreek-Chat mal rein, Max, dass du hörst, was er sagt. Was hast du die ganze Zeit im Versuch greift? Äh, ich hab seinen Stream offen. Ne, ne, ich hab seinen Stream offen. So, okay. Den Ton zumindest. Aber dann hast du ja gehört, was er meint, ne? Ja. Ja. Aber wir probieren es einfach. Pile mal die 29, äh, 29 dran. Wir müssen halt da jetzt gambeln. 29,5 oder 29? 29. Mach mal mich draus. 29,3 oder 4. Ja, genau. Im Himmel war nicht zu stark. Ja, du wirst, ja, genau. Fährst halt genauso Regenlinie halt auf den Geraden und dann wird da schon irgendwie hinauern. Jawohl. Gut, du fährst jetzt einfach mal deine Drücke. Wir können die ja dann während, bis zu dem Zeitpunkt auch mal runterstellen. Aber Hauptsache, du kannst da, hast jetzt mal deine 29,5, ideal. Und dann schrauben wir runter, wenn es zu weit ist. Ja. Der Stuhlsinn, wie läuft es denn bei euch? Läuft es auch ganz gut, ne? Reichweite, äh, Top 5 sehe ich gerade. Auch richtig stark. P4 ist halt direkt wie der ersten Party. Gut, der ist halt P4, ist halt sauweit weg und der hat eine 5-Sekunden-Straße. Die werden, ich sag's ja gleich, P3 wird dir dann um die Ohren scheppern. Da, 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 da. das hatten der bmw von autox und so viele plätze verloren so wieder da also ihr könnt jetzt quasi hier im disco hier im disco kommt jetzt alles an okay also theoretisch kannst du rausgehen soll ich mir jetzt wieder verpissen oder was du kannst drüben rausgehen ach so auch gott ja also der ist da drüben sitzt jetzt ein bot drin ja nicht hier raus also drüben sitzt jetzt ein bot drin der gibt über mich hier euch die infos du bist ein schatz weißt du das ich küsse dein elke oder wie man sagt aktuell nebenbei habe ich mir auch noch erstmal ein bisschen links gegönnt wir haben jetzt übrigens vorsprung bei pits 3 abgefunden also max das hast du doch eine locker lockeren stint vor dir das sieht gut aus entspannt 30 sekunden abstand alter schöner kann es also werden 15 runden hält das nicht mal gott ja die haben ja noch eine guten strafe und rufen fährt er jetzt ja auch noch eine halbe stunde als wenn niklas geht aber auch einen stiefel alter jetzt wollte ich gerade sagen na jonas jetzt auf p5 weil da jede e-sports in den top 5 mensch 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 ich habe mir jetzt erst mal schnell noch fitball pro gekauft wie kostet das ich habe jetzt 32 für ein jahr bezahlen das können sie gerne haben das sind sie mir wert die jungs jetzt habe ich meine frage kannst du blödes blut ich muss jetzt nächste woche mal zum steuer hier mein gewerbe anmelden das sollte ich langsamer machen muss mir michel dann eigentlich noch die noch die arbeit in die schuhe schieben im setup weil ich glaube ich kenne keine sau die im setup für la guna seca hat der mercedes ja das geht das kriegen wir schon hin wenn ich fahre stand als ich glaube mal gucken wie das wird gut luft drücke habe ich reifendrücke ok also da ok passt also du kommst auch so ein 30 minuten das kleinere regensymbol ich muss mich hart konzentrieren und hoffen dass die bedingungen ähnlich sind und schnell bin ich nicht aber ich hoffe ich kriege mich ab wir lassen sich von der strecke der kripp mittlerweile fahren ich finde es relativ easy tatsächlich okay ich bin auch froh dass wir keine mittel mutter haben weil ich bin echt ziemlich entspannt muss ich sagen es wird sich eigentlich sehr leicht der erste mittelmotor ist auf p15 wird schon funktionieren das wird ja passt ich muss ja nur darauf achten dass du halt mehr wert auf access legst als auf entwies aber hier guck mal also wir haben jetzt echt einen guten abstand allein also ja das sieht doch echt gut aus was sind jetzt rausgekommen p11 das siegerteam kann sich ein drauf wedeln das ergebnis zu haben ich hab mal meine drücke in den chat geschrieben ok kannst du sie irgendwann nachher mal durch gibst ja das wird kein stress dass wir die dann entlasten damit sind wir nachher dann so bei wenn das mit der strecke gleich ist temperaturen die passten und bei 6 29 5 plus minus bis jetzt bei denselben chance gefahren die ich dir gerade aufgeschrieben habe ja bei den temp also außentemperaturen ja 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 hast du hier ein 30 ok bist du damit hast du da mehr regen noch gehabt oder die sind leicht regen was in einer halben stunde kommt zwei linien und hier breit ja guck mal weil du jetzt gleich im auto dann wirst du diese leichten linien haben kannst du noch mal drei runden bei den leichten bedingungen fahren bitte ok ja weil das kommt jetzt auf dich zu und da wenn du sich da den drücken massiv verändern dann haben wir ein problem guten tag haben wir doch noch mal welche guten morgen tja wie viel stelle ich dann um mache ich normal leicht hier regen voreinstellungen leichter regen ist es ja 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 ist jetzt die frage ob die mehr pfützen weniger näste mehr näße weniger niederschlag mehr niederschlag haben das geht ja alles jetzt rum auf einem einer trainingssession das aktuelle regen ging jetzt schwierig weil wenn du eine trainingssession einschloss mit regen ist die strecke nass und hat keine trocken linie so wie man ja also in anführungszeichen trocken liegen das heißt in dem fall regnet jetzt ist halt die ding gar mal er hat keine regen linie und jetzt haben wir mittleren regen gefahren die drücke jetzt ist er da noch bei weniger dann also läuft was habe ich sonst so verpasst wir hatten wir hatten einen super start also niklas werde ja wirklich zwei sauberes sind wir hatten jetzt einen dreher wo durch wir zehn sekunden verloren haben und hat die führung aber ja aktuell sind wir mit 30 sekunden freier vor p3 hallo übrigens der was die sie es geht ja wie traurig auf einer skala von 1 bis 10 bist du hat wir den skin nicht benutzen können und 1 bis 10 20 oder 10 015 nur ganze zahlen bitte ich kann das nicht mit ganzen zahlen seitdem ich arbeite ist das irgendwie bei mir geht das nicht mehr ich muss immer seitdem ich arbeite sagt ja 24,5 87 aus nach drin aber das schlafen hat auf jeden fall noch mal gut getan die drei stunden ja unbedingt sehr schön und zeitung sammeln heute morgen war mega gut also wir waren zwei also wir waren drei leute jemand saß vorne im großen lkw drin hat einfach dem fahrer gezeigt wo er überall hinfallen muss wir beiden standen hinten da auf dem auf dem lkw selber drauf und wir haben 3,2 tonnen in zweieinhalb stunden gesammelt ja und das sind knapp 400 franken für ein verein wir waren heute die produktivsten die gelddruckmaschine hier hat und natürlich ist auch mir wieder mal ein bündel aufgerissen was ein bündel ne 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 kein geldbündel sondern zeitungsbündel ein bündel übrigens die server pinks sind ein bisschen wild also da okay da nicht wundern dass die wagen mal so ein bisschen sich wie hotwheels autos darstellen ich hoffe dann aber das ding hält durch nicht dass ich dann irgendwie jetzt gleich nach der tag den challenge kommen also die rennen ist durch ich habe ich hoffe nicht er das ding ist es wird er wurde eingeschrieben dass buch ist das buch ist hat den in der satz server gestellt hat also warum haben wir denn nicht von anfang an auf dem dinge das habe ich auch nicht verstanden wenn das ist schon anbietet dann ja gut wenn wir fahren ja auch so zu krepp playmobil server wenn ihr der server abkackt und da muss man halt einfach wieder mit einem regulären startprozedere fahren das heißt wir sind dann wieder auf pole ist auch okay es wird das letzte ergebnis genommen aber wer würde ich gut also fände ich fair so ja wer weiß vielleicht hat vielleicht wird ja dass er nicht schinks jetzt nichts ist das beste so gut ja ich muss dann aber jetzt sagen wir darüber in der täglichen challenge das gelingen und bis später später immer tschüssi ist ja dann nicht und ich deswegen im voraus ja das sehr gut dann ist besser wenn du nicht fest ich bin ja am tag kailami geimpft worden nächster tag hatte ich fieber nicht so klug so werde gut na gut dann bis später möchte ich schon mal versucht auf einem 50 jahre tablet sachen zu machen ich habe keine 50 jahren alte tablets ab 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 fünf jahren mache ich da schießen schaffen dann bestehst du auf so alte hasen ich habe so ein altes tablet und ich versuche mein pitbull da drauf auf also vernünftig zu machen geht halt nicht ich will sachen verschieden man ich hab mir doch jetzt nicht pitbull pro gekauft damit tue ich war so wirklich jetzt so das ist noch eins auf kreide das ist so gut aber ich kann sachen nicht verschieben ich will sachen verschieben aber schieb nicht scheiße man damit und auf zwei spams und feststellst du bist nicht im game drin gelassen lustig die person der das ist der unterschied von maviks zu niklas hat sich nicht verändern von seite mal ganzes 10 11 sekunden abstand bleibt fast gleich vier monate und ab geht die post also die einstellung die ich jetzt gerade gefahren bin sehen noch sehr anders aus zu denen die aktuell bei niklas am start sind wie anders deutlich trockener okay wer mag okay warte mal du hast du hast du hast sein pizza seine boxen stopp zurück und dann guckt sagen wir mal welche drücke hat hat irgendwas mit 26 5 oder so also die sind nicht sehr weit zu denen die ich jetzt drin habe würde auch mit den anderen regen einstellungen passen aber mit den zwei also mit der einen reihe machen wir es halt einfach whisky wir nehmen wir nehmen niklas seine reifendrücke und stellen sie runter wie er man dass sie passen weil wenn es ist ja weil das ding ist also fast die macht jetzt vielleicht 0,2 unterschied auf dem reifen von der verteilung aber wenn du halt dann fährst und wir stellen dir jetzt hier irgendwelche drücke ein wo du halten pc drüber bist dann sind wir ein kompletter marsch bei tobi gez knapp einen guten start gehabt habe ich gesehen also ich würde darauf tippen dass wir irgendwie so bei niedrigen 26 oder hohen 25ern sind ja ich wollte gerade sagen definitiv weil ich habe jetzt 24 6 25 24 27 25 1 bei leichter regen also bei den normalen voreinstellungen leichter regen bei den aktuellen temperaturen und die preifen waren gut leicht gelb also die waren schon recht hot waren halt auch nicht so viele fitzen da um die runter zu kühlen oder ähnliches von daher denke ich das wird irgendwo so in der mitte sein ja ich würde dann machen wir es so einfach weil sonst ist es zu großes risiko ja ja ich sag's ihm dann jetzt und ungefähr gleich verteilt die beiden also die die beiden seiten genau das passt ja gut ja ja das passt ja schon also selbst wenn die wir sind zeit hat er noch zehn minuten schätze ich mal zehn minuten bis 15 minuten auch pitfall please don't be a dick also wenn der porsche schneller als der audi auf spar ist alter tobi was habt ihr da für set up 21 minuten sind zeit noch entspannt hat danke massurg bin ich bin immer diese 65 minuten steps gewinnen 70 bringen wir schon so total aus der verfassung fünf runden mit den selben reifen bringe ich schon aus der verfassung ich mag kannst du mal bitte mit deinen 1920 tablet erst mal versuchen pitfall hinzukippen bevor du mich abhübelst entschuldigung ich kann auch einfach mal in mein schlafzimmer gehen und 20 20 version davon holen verstehst du ja dann macht es doch bei alte technik schmeißt man nicht weg du arsch das nennt man upcycling upcycling du mit der logitechnik machst ja auch nur upcycling ja natürlich weil ich ja 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 das war kommt ich habe dir jetzt eine super vorlage gegeben damit du nicht aussiehst ich verstehe es hier ich bin weg tschüss aus alles gut alles gut gut da rennt der usage hey maga so fette finger habe ich doch gar nicht kommen mein ganz ehrlich wenn ich hier die ganze scheiße ganz immer kannst du mir auch deine account daten geben ich glaube ich bei mir ja klar und dann zeige ich dir meine kreditkartennummer vollidiot naja klar kann ich mir erst mit dem weg bestellen fühle ich mhm kann ja auch einfach ein paar nicht schnauze halten ja pass auf aber am ende bist du noch zu langsam und liegst du am boden mhm naja kleine spagetti arme was für spagetti arme wenn ich mich streichen lassen will dann geh ich im puff ich dachte das macht mich ja das wollte ich jetzt so auf dem stream nicht sagen ich geh natürlich nicht im puff oh alter ohne scheiß ich wechsle wirklich gleich das tablet aus man das kann ich schon mal ernst sein call it oh wer ist denn noch ein talk dabei vincent und der max 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 schon ganz fokussiert das tablet ist wirklich so steinalt ne wie alt ist das denn ach ja das ist schon man ich mach das jetzt anders glaube ich es ist immer hier liebe in der luft also jeder der daraus nicht checkt da muss man nochmal hier nochmal ein paar hm ich hätte mir sogar kein kein irgendein ich glaube das was nils in den händen hält ist einfach so eine steintafel das ist richtig ja aber ich wechsle jetzt einfach die tablets weil hier hängt ja noch ein zweites das ist richtig was Achso, ich seh's ja, das Server-Loggin. Aber meine. Ich glaub, Vince, du musst gleich kurz vorm Server, bevor sie meckern und sehen, dass wir alle gleichzeitig drauf sind. Oder geht vier gleichzeitig? Fünf? Vier? Ich hab gesagt, dass Phase ist. Na dann. Ganz entspannt. Ähm... Wie lange hat er noch... Warte mal. Äh, 18, 17 Minuten, irgendwie sowas. Avocado, so schlimm bin ich nicht. Hm. Ich denke, du bist ne eifersüchtig. Also das Tablet, Vincent, weil du ja gefragt hast, wie alt das ist, ne? Das Tablet ist so alt, dass man da nicht mal mehr eine Twitch-App drauf installieren kann. Was? Hm. Ich weiß nicht. Hat es so... Warte, ist es so alt, dass wenn du es entsperrst, nur so App-Knöpfe hast? Es ist so nur diese Buttons, wo du irgendwelche Anwendungen hast und keinen richtigen Smart-Screen an sich? Hm. 2005 lässt grüßen, Alter. Ja, das ist schon sehr alt. Es hat eigentlich immer seine Dienste geleistet, aber... Also wenn wir jetzt sehen, bei Niklas, die Drücke sind auf jeden Fall schon ein bisschen höher. Ja, weil die noch ein bisschen, weil die jetzt über den Stimp verteilt sind, deswegen. Naja. Äh, Niklas? Ja, 26 Nuller-Drücke, würde ich sagen. Anwesend? Wir würden uns bei dem Pitstop an deine Drücke orientieren. Ähm, das heißt, würdest du die halt dann so gesehen, jetzt nochmal anpassen, dass die vom Druck... Und dann halt nochmal so... Wir würden uns auch die anpassen, weil rausfahren können wir das ja so nicht. Vincent, warum... Also soll ich dir einstellen, wie ich es wirklich halte, oder... Genau. Okay. Du bist ja das einzige gerade derjenige, der da ein Gefühl für die Strecke hat und was man in den Drücken machen müsste, dass das passt. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung und in diesem Sinne sage ich jetzt... Alles klar. Danke. Grüß. Ja, das sieht wirklich aus, ob es sehr stark trocknet. Ja, das wird auch sehr trocken. Du wirst halt safe ins Trockene reinfahren. Boah, ihr Mädchen, 24 Stunden Suzuka im Regen, in einem Porsche. Ja, die Frage ist... Au, au. Ja, da wird es nochmal weniger, ob man die nicht noch weiter runter setzt. Ja, das macht er ja. Also ob man die dann... Das macht er ja, setzt die ja nochmal weiter runter. Na, gucken wir mal. Kriegen wir hin. Zur Not pitt ich halt einmal früher und da... Ach ne, man hat ja 70 maximal. Haha. Ach man, warum... Tablet please. Dumpi dick. Loch, wir wissen das nicht. Brumm, brumm. Also ich denke mal, wenn Max fährt, wird der Regen weggehen. Halbe Stunde wird es nochmal ein bisschen weniger. Ja, ja, kann sein, dass mein erster... Deiner wird noch im Regen sein, aber dann zweiter noch. Was'n Scheiß, Alter. Ey, jetzt weißt du, jetzt ist es halt so, was gut ist, aber du kannst die Fenster nicht verschieben, weil das Tablet darauf nicht reagiert. Das ist so doof, man. Ah! Please! Manga, das ist einfach... Also wenn das funktionieren würde, vernünftig... Das ist halt mega geil. Also das hat sich für mich schon gelohnt, die Pro-Version zu kaufen. Nur halt nicht mit dem Tablet, dafür ist es schase. Weil hier siehst du halt auch Instant D-Gaps. Das ist halt mega geil. Also wenn Vincent mich jetzt nochmal fragen würde, wie das Gap zu irgendeinem Auto ist, kann ich das halt, Vincent? Wie ist denn die Gap zu P4? Die Gap zu P4... Warte, gib mir eine Sekunde... Eins... Warte kurz. Aber der Max ist da, oder? Ja. Ach, come on Pitbull. Wir kommen gleich. Alles klar. Wie lange hast du noch? Ich bin da, ja. Kannst du... Sechs Runden. Ja, du kannst dich ja schon mal in den TeamSpeak-Channel zu ihm sitzen. Also halt runtergehen, du bist nochmal freischend drin. Ja, ich... Wir können es gerne so machen. Also ich habe nichts dagegen, wenn ihr quatscht. Nee, Max... So nöt ich mich hier, oder... Nee, wir machen das schon so, dass der Fahrer da allein ist, weil... Das ist schon ablenkend. Das ist langweilig. Trust me. Ja, gut. Also einfach dann, wie gesagt, die Drücke halt einfach angepasst. Und dann noch ein bisschen vorunter gestellt für die trockneren Bedingungen, die noch kommen. Jo. So, und wieder. Du bist ein Schatz. Was ist ein Schatz? Achso, du bist ein Schatz. Du bist ein Schatz. Ja, ich... Nevermind. Gibt's in IOS keine Pitwall-App-Chat? Weiß das jemand? Was? Nee, sieht nicht so aus, ne? Nee, ich habe jetzt... kurzes Bus geholt hier. Wir benutzen jetzt mal ein ordentliches Wildtempo. Wieso Angst, Sonic? Gibt's keinen Grund. Äh, wir haben aktuell ne halbe Sekunde auf P3. Aufwärts, weil die haben ne Fünf-Sekunden-Strafe in der Box. Was? Hast du das immer noch nicht gesperchert, du Blödmann? Ernsthaft? Ich muss auf mein Tablet immer erstmal darauf achten, ob ich nicht irgendwas Sensibles öffne. Ha! Hast du gerade... Hast du gerade gekekt, W-T, äh, bei meinem IOS? Du kleiner Pimmel? Ja, du nicht. Aus dem Chat. Nee, ich stehe nicht. Ich fand das gerade lustig, wie er das geschrieben hatte. Kleiner Schlingel, du. Oh, geil. Endlich. Oh, Chat. Oh, mhm. Oh, nice. Weißt du, was eigentlich geil wär? Was denn? Wenn du, wenn du diesen Ausschnitt von, äh, Pitwall mit den Abständen oder sonst der Art irgendwo oben im Stream einblenden könntest. Theoretisch wäre das möglich, aber... Wär ja nochmal 10 von 10. Ah, guck mal wie geil, alter Chat. Wir können doch das, wir können doch upcyceln. Wir müssen nur im, äh, im iPad alles einstellen. Danke an meine Kalle für euren Support und eure Unterstützung. Und dann können wir, ist das in meinem Account gespeichert? Ja? Dizimo, Dizima, viel Glück und freie Bahn, die zäsend. Dann ist das in meinem Account gespeichert? Ja? Mega. Ja gut, die Drücke gehen ja noch. Ja, ich sage nicht. Ja? 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 Ja, traurig. Nee? Ja? 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 ja ich bin da und ready okay dann kannst du dich ja schon mal zu ihm rüber hocken habe ich schon ja ich mein also was meinst du kannst du sagen dass du da bist und ja ich dachte es macht einfach also kann ich auch aber ja weil ihr müsst es ja miteinander absprechen wegen questen tanken info bin da und ready alles klar drei runden max vergiss dich dann nicht im disco zu blüten ja ja alter wieso hängt sich mein tablet auf schon rüber zu mir dass die tablet schlecht wäre na 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 jetzt wird man nicht so frisch aber voll die scheiße überhaupt ok großer pluspunkt an pitwall auf jeden fall schön gemacht also wirklich gut keine ironie chat ah geil ey ok gut nice jetzt habe ich das geile ist halt pitwall pitwall ist in der lage das auf einem anderen tablet einzustellen und dann bleibt es einfach so das kostet so zeit also der hat schon verstanden that's not the way how you gonna let people pass ich habe so einen schönen effekt der scheibenwischer geht beim zugucken gar nicht an das hat er schon vorbeigelassen ist er nicht wir haben nur noch 15 sekunden auf pc und pc ist der ehemalige p3 ouch was ist jetzt bitter für die jungs noch 50 sekunden auf pc ja bei mir steht dass p8 plus eine runde hat ja weil wir die runden also jetzt wir hatten vorhin kurz ein crash vom boxenstopp und dann haben wir gleich den boxenstopp reingeschmissen und jetzt ist jetzt in der zone hast du gehört max ok yes dann rüber mit mir bin ich doch schon ja ich habe ihr knöpfchen dafür geht ruck zuck so modern bin ich leider nicht bei mir brechen mittlerweile die knöpfe ab jetzt ist weil ich das nicht dann machen im auto fällt der knopf unter die unfassbar gut ist das dann bitte chat uff also pit bull pit bull pro lohnt sich auf jeden fall also muss ich ganz ehrlich zugeben ziemlich steil das dinge jetzt hat er die drücke angepasst glaube ja da haben sie ich habe sie mir schon zu lange gesagt er fragt sich jetzt aber noch mal nach max rück angepasst hier ist perfekt ja wenn du das jetzt meinst 30 minuten gar kein regen jetzt auf keinen fall das kommt ja dann wenn die wenn die anzeige trockenreifen optimal kommt dann gehen wir direkt rüber auf die trockenreifen ja wenn die kontakt und sie mal durch nur ein paar runden warten meistens auch noch durch ein weniger spiel machen oder so bei 120 bleiben ich weiß ja nicht ob wir geben wie wollen wir denn geben wollen wir wollen wir jetzt ist auf jeden fall schon feucht die strecke ja gut wenn jetzt die strecke noch abnimmt und in einer halben stunde fahren wir die hälfte vom tank ja lassen wir mit 100 liter losfahren oder also ich würde eh dann mit zwei fahren das ist kein thema dann brauche ich eh weniger du musst wahrscheinlich eh reinkommen sonst vorher ja dann musst du eh früher reinkommen das ist ja das dann lass lass stell 100 liter ein stell die drücke dann noch mal ein bisschen runter dass wir noch ein bisschen größeren puffer haben und dann passt das anfordern nicht vergessen habe ich dann diesmal vergänze ich es nicht das war schon auf letzte sekunde muss gleich nur runter zählen aber das kriegen wir hin das war wieder zu weit so ich mache mir vorher an wenn es geht ja 10 5 4 3 2 1 was sehr gut vielen dank glas wir sind im disco drin jetzt hat er johne direkt vor jonas kommt da raus schön gefahren niklas sehr schön gefahren niklas wirklich die die sehr stark sehr stark da hat der unfall der ängert mich ein bisschen das haben wir aber glück dass wir noch dass alle ihre pitstops machen müssen weil hätten wir noch unser kurzer also jetzt innerhalb der nächsten paar minuten den dann wäre unser vorsprung ja weg also so wie es aktuell aussieht fährt mavix jetzt auch ein also der ist jetzt auch in der 31 runde ja oh gott da wurde gerade million das was getötet pitfall pro hat jetzt übrigens für das jahr 32 euro kostet jet also für mich persönlich hat sich das definitiv rentiert muss ich ganz ehrlich sagen ist gut stabil also dass sie mit 100 reingetan ja ja das der bin ich mal gespannt wie lange das hält also ich denke er wird ein freundes sind eh nicht fahren können auf keinen fall also strecke wurde gerade schon vor ich denke mal so eine halbe stunde noch der mixbedingungen ist hat immer dieser gamble vergesst dich ein bisschen rechts bei den geraden zu fahren um die regen linie zu nutzen ja momentan sind die drücke ja eh noch recht niedrig oha da war eine pfütze ja ich wollte gerade sagen ein bisschen vorsichtiger sein musst du nicht weiten lassen vorbei sind halt noch nicht pittbereinigt also es ist egal das ist unser thinking ja das ist auch das komplette auto aus polanzi ist zuschauer maiwald ist zuschauer schmitte ist maxi also als zuschauer von hierher ok dann würde ich mal sagen ich bin jetzt mal kurz weg mal wegen messen und dann bin ich gleich wieder da ne ach wie geil ist das gemacht unschein das ist ja mega gut also pitwall pro ist schon schon lecker schmecker aber hat winzen nicht gerade gesagt dass ach so nevermind jetzt ja pitwall braucht noch ein bisschen ja es waren viele zuschauer party mit also schon nicht wenig aber es ist ja auch ich sag mal so viele hindurch rennen werden ja so nicht per se veranstaltet und dadurch haben wir halt das glück dass ich viele untereinander kennen ich habe mir pro geholt ich habe mir jetzt das komplett einmal pro für ein jahr geholt weil ich die ganzen vergleiche halt haben will aber ich muss sagen dass um zehn jahre alten tablet ist schwierig das zu verdienen aber das ist ok aber jetzt habe ich halt auf aller seite auf der ganzen seite habe ich die ganzen sektoren timings das gab und halt den abstand zwischen den beiden autos noch bestimmt und so das ist schon super gemacht was heißt die einstiegshöhe nino also du kannst ja jederzeit fahren so nennt urens rennen muss halt jemanden finden der mit ihr fahren möchte und dann musst du ein bisschen trainieren und dann los also die so groß ist die höhe der jetzt auch nicht brauche ich alle inhalte für das spiel also ich sag mal so alle strecken zu haben ist schon ganz ganz ratsam gt4 ist vielleicht am anfang nicht unbedingt aber ansonsten fühle ich mich schon als wohl ja weil sonst fehlen dir ganz viele gute strecken und deine reifendrücker ok max ja 29 bis 29 5 ok er passt ja ich bin der ist auf dem jut was hat er gesagt ja die passen perfekt 29 29 also haut schon hin wird er noch trockener jetzt ja das wird ein bisschen blöd aber gut wenn es trocken wird wird unser auto schneller es war echt widerlich wie schnell der ersten im regen ist oder war und aber ja gut tc 1 8 und dann abfahren genau hier wir müssen ja selbst führer fahren alle kinder geschehen für drei monate machen wir kommen zurück also jetzt was essen holt hast du in oben geschmissen ja eigentlich warte ich auf das essen weil meine älteren einkaufen fahren wollten und jetzt erst die infos sie machen das jetzt in der laufe der stunde da habe ich mir jetzt eine semmel genommen und isst gerade eine semmel ja gut ja scheiße scheißeltern ne also wirklich ohne scheiß also ich wusste es zu lange dauert dann wäre ich selber eigentlich rausgefahren alter ja aber wirklich jetzt scheißeltern nicht mal zu essen bringen dann nach hause wirklich zu kotzen ist das ey so war das nicht gemein echt soll sich mal beeilen echt man also wirklich wie kann man so ne eltern haben weißt du also wirklich deine eltern sind nicht mal deine große content creator karriere steht auf dem spiel weißt du deine große virtuelle rennfahrer karriere auch weißt du und deine eltern unterstützt sich immer ja mann 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 ja schlimm ne ich habe mein zimmer gebracht wird das essen es ist ach ne gibt es eine schlechte online bewertung ja also da würde ich es mindestens einen stern nur geben bei eltern rando auf jeden fall nur einen stern hotel machen wir erstmal einen stern ja aber sie hat meine mama sehr leckeren bohnensalat gemacht muss ich sagen köstlich wie immer wie weit wohnst du noch mal weg weg von was von mir ich hab hunger hier sind sie wieder die mit 20s weißt du 15 uhr geht das rennlos ach ich war gar nicht einkaufen ach ich hab ja gar nichts zu essen da ach komm ich hol mal schnell was zu essen von dir ja ich sag mal so ich bin um 14 uhr 30 aufgestanden ah ja gut in diesem sinne ich geh mal kurz in die küche und hol mir ein bisschen obst von dem was ich schon vorbereitet hab weil ich war nämlich um 9 ja ich weiß uuuu uuuu ich bin gleich wieder da ja uuuu ich weiß nicht wie weit du von Südbayern weg wohnst oh pizza weiß für manch anderes ist das andere ende von deutschland ich würde es jetzt nicht nennen aber ist schon ziemlich weit weg ja 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 jetzt sehen die runden seiten aus soja ja aber ein paar berundungsmanöver waren schon wild ja das war lustig weil es hielt sich alles in grenzen nur halt dieses freeride in der schikane da stand noch einer rechts neben der strecke und links hat BMW angefangen zu lecken er ist halt ein bisschen rechts gewesen und da war halt der andere und der hat auch Gas gegeben und ja 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 leider ich habe bis dahinter links dann können aber dann von links der BMW der fing an zu legen ist nach kurzer rechts wo kann man denn eigentlich ganz gute katz kriegen rechts also jetzt in der nächsten nach einer zweifachen links das weiß ich war jetzt auch noch ein BMW ja da war wild war einfach wild war wild ich bin nur in der doppel rechts halt aber Auto fällt sich wie ein Träumchen die doppel rechts ist da wo die Träumchen ist achso ja 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 ok also ich fand so Setup hat sich sehr schön fahren lassen die ganze Zeit und auch im Regen geht und man muss halt ja ja ich kann es halt nicht so ganz wieder gehen weil wie gesagt bei mir ist es halt ein toter Hamster in meinen Händen so es ist halt ja ich sehe gerade er fährt mit 2 das braucht er gar nicht kann man mit 1 durchballern äh Max du kannst mit 1 vollballern ja stell ich gleich um aber es war das ein zweiter Sinn was sehr interessant weil du tatsächlich fast die komplette Zeit identisch zu Zeiten gefahren bist mit Mabix also der Abstand hat sich halt um gar nichts verringert oder erhöht ja halt immer je nach Überrundung ne ja aber es war immer bei 11 Sekunden also immer immer wenn ich geguckt hab so bloß am Ende ist es halt ein bisschen gedroppt aber ja hast du ihm gesagt mit der Neppe oder? mhm ok weil ich fand die war deutlich langsamer im Regen irgendwie 7 Zehntel oder so ja ja erstens gehen halt hier viel besser halt also ja nur im Regen ja genau nur im Regen natürlich ja ja gut auch Esten ist jetzt an sich gar nicht so schlecht also zeitentechnisch würde ich behaupten wir sind gleich stark wie der Mercedes würde ich tatsächlich nicht sagen nicht? ne sagen damit zählt ist es hier das stärkste Auto zumindest im trockenen ist gar nicht sicher ob sogar der McLaren ist glaube ich war jetzt auch nicht so langsam was ich so gesehen hab also die linke Reifenseite wird schon immer mal ganz gerne gelb wie hoch ist der Druck? unter 30, 29,5 also passt alles ja dann fahren wir einfach in dieser Regenlinie und ja macht schon was aus im Regen ich fand es ja krass dieser Unterschied von äh von der TC zu 5 auf 6 im trockenen du merkst ja bei TC5 obwohl es halt eigentlich für mich wilder zum Fahren ist du merkst wie besser du den Wagen eigentlich laufen lassen kannst in den Ästen oder so das ist schon heftig ich fände es ja grad echt heftig dass einfach hier Pfeffer zwar einen guten Start gehabt hat aber die jetzt übel zurückgefahren sind bei TC5 oder wo? mhm weiß ich noch von gar nix GTVRC auf 5 äh Unicorns und wo? 1 immer noch gar ja die ja mit dem AMG sind die grad komplett am ausrasten sehr geil ja äh äh was macht der? ok äh Junge das war wild also der hat sich auch sehr gut gehalten am Anfang bei Tobi das war merkwürdig ich hab gar nichts bekommen war Tobi hinter Tobi oder wie? also genau also genau also Pfeffers CR ja Tobi hinter Tobi also Pfeffer war halt 1 also der hat sich halt in der Ruhstrecke krallt und hat halt im Laufe des ersten Stins halt P1 halten können und dann ab dem Pitstop haben sie die Führung halt abgegeben an Unicorns Nautrux ist immer ein Stück zu Stück zurückgefallen wie jetzt halt auch Simonini wild wurde sogar der Audi wurde sogar von Porsche überholt auf Spa das also hä auf einmal AMG auf 1 Porsche überholt Audi ich hab mir komplett vom Glauben abgefallen ist äh toll ja Spa ist was ganz besonderes macht ganz besonders wenig Spaß ja aber ich find's krass also ich gönn's mal ich hab mir Drené letztes geschrieben dass die letzten Rennen ziemlich frustig waren mit den ganzen Drehern und allem ja gönn ich's denen mal dass sie da mal vorne wirklich mal fahren können ohne große Probleme kann sagen gönn ich denen echt mal gut Rennen ist 24 Stunden ne also ja 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 optimistisch bleiben aber halt nicht jinxen am besten was Tobi hat für 6 gegen Rouge gemacht oder einschlag welcher Tobi Pfeffer Uff der fährt jetzt Audi oder fährt der Porsche oder? ok Dennis fährt Porsche also Dennis ist glaube ich auf dem äh auf der ich weiß nicht ob er auf der 18 oder auf der 88 fährt ja wir müssen mal gucken P3 kommt schon zieht schon ran fährt Mr Schinken mit Toast Face in einem Auto VW bitte was? fährt Mr Schinken mit Toast Face in einem Auto Wir können Hawaii-Toast machen, fehlen auch Ananas. Aber bei A1 ist zwei Sekunden schneller. Ja, gut, aber wenn du dir die Teamkombinationen anschaust, das ist... Das war klar. Das war klar, dass wir die nicht halten können, ja. Bin mal gespannt, wie lange wir uns jetzt noch... Ja... Vor P3 halten, wie lange wir uns da noch halten können. So, wieder da. Jo, willkommen zurück. Hallo. Haben eigentlich schon mal irgendwas angeflogen hier von... Von Dingsy? Nee, ne? Von wem? Von der Rennleitung? Nö. Dann sind die wohl ruhig. Was, 35 Sekunden? Wie weit ist P3 weg? Warte, sag ich dir gleich. Na, was machst du? Hm. Ich sehe, dass wir jetzt über Startziel überfahren eigentlich. Äh, 29 Sekunden. Nein, 35. Ja. 35. Pitbull steht 29. Okay. Und mehr da gerade ist gerade über die Zielen... Nehmen wir an, der holt auf. Wir nicht. Nö. Bitte? Wenig bis gar nicht. Wissen wir nicht, aber gehen wir noch nicht davon aus. Wenig bis gar nicht, laut Pitbull. Okay. Das wäre auch geil, wenn man so dieses Aufholen oder sowas wie ähnlich wie bei der Formel 1 oder in einer Art von so einer Farbtabelle oder so sehen kann. Kannst du bei Pitbull sehen? Ich habe das als Eagramm offen jetzt gerade, ja. Boah. Das ist geil, dann. 10 Minuten, kein Regen mehr. Das ist relativ konstant. Ja, das wird dann dieses Zeitfenster dann kommen. Ja. Dann bin ich so bei 40 Minuten Cent, also noch 39 Minuten. Ah. Ah. Santer's Reihe, ein dreifachste oder dreierste Entferd. Ja, der musste sein erst, seinen zweiten irgendwie abbrechen. Ja, war der auch. Genau. Ja gut, aber den dritten haben die ja schon längst durch. Oder den zweiten wiederholten, haben sie ja längst. Ach stimmt, die sind ja jetzt seit vier, weil die noch nicht. Ah ja, stimmt. Die müssen ja früher. Richtig. Aber wenn die jetzt das Glück haben und es direkt in die Trockenbedingungen reinfällt, wo alle anderen in die Pit müssen, ne? Dann ist der Abflug wieder weg. Ja, im Endeffekt haben die einfach einen halben Stins gefahren. Ja. Aber sie haben jetzt genauso viele Pits auf sie wie auch. Ja. Ja, wenn dir das für die aufgeht, das wäre halt für die, wäre das halt der Lotto, ne? Ja. Zumindest Schadenskriegrenzung. Ja. Ja gut, mit der Teamkombi sind jetzt auch nicht langsam. Hier Schlüter, Radizzi und halt Keksel noch an Bord. Na. So 24 Stunden sehe ich umso viel. Fährt dann nachher jemand für mich die Trockenweifendrücker raus? Nee. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne seid ihr jetzt im Bank. Tschüss aus. Peace. Schöne Frage. Moin, moin. Ja, das Ding ist, keiner fährt so wie Max. Also, bringt uns das nichts, das rauszufahren eigentlich. Ja, look into it. Ja, das ist halt jetzt eine blöde Sache, weil das ist, ähm. Ja, alle von uns fahren einen anderen Schuh. You brauchst das nicht rausfahren, weil du fährst einen Logitech. Ähm. Niklas brauchst du auch nicht rausfahren, weil der fährt einen heißen Schuh. Ja, aber wir können ja, du kannst jetzt zum Beispiel, wir müssen ja nur gucken, was wir bei den Bedingungen ungefähr haben. Und dann können wir es ja ungefähr anpassen. Äh, die Drücke, die eingestellt sind von Trockenreifen, die sind für 28 Grad in den, äh, in der Strategie. Würde ich so ein bis anderthalb PC höher gehen, wenn es feucht ist. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, Peace. Die Zählung. James und Till, noch Dankeschön für euch. Ich hab, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wenn du, wenn du sagst, wenn du da sagst, hey, das funktioniert, dann, yo. Dann muss ich auch gerade überlegen. Das ist ja natürlich blöd, ne? Was macht halt da, äh, hier feucht für einen Unterschied? Schon relativ großen. Mhm. Ja, ich verkühlt ja die Reifen komplett aus. Ja, dann machen wir das so. Dann nehmen wir diese Drücke, stellen die halt in einer Tapis, die hoch und hoffen aufs Größte. Muss halt mal aufpassen, das heißt, wenn, ähm, wenn es trockener wird, die inhaltlich komplett wegkochen. Ja, ich würde aber nicht anderthalb draufpacken. Also wenn wir eine 30 Grad Streckentemperatur haben, da war es ja 0,1, also 0,1 für 1 Grad ungefähr. Ah, Luft am Ende. Nein, ja, Luft, genau, Luft. Äh, Also anderthalb vielleicht ein bisschen viel. Ja, wenn es feucht ist, weiß ich nicht. Ja, feucht hat ja einen anderen Impact. Also die kühlen ja dann immens nochmal runter, der Regen. Aber anderthalb ist, glaube ich, echt ein bisschen Fille. Ich würde sagen. Noch einen machen. Aber wir müssen auf jeden Fall höher gehen. Ja, das auf jeden Fall, ja. Da sind wir uns einig. Ja, es wird ja trocken, ne, das kann ja höchstens zunehmen. Das heißt, wenn wir am Anfang halt sketchy sind, ist es egal, ihr fertigt die Sechse oder so. Ist ja eh noch ein bisschen sicherer, aber ist halt die Frage, wie viel. Ob wir sagen, okay, wir nehmen so die Mitte, nehmen halt 0,8 oder so. I don't know. Ich weiß auch, solange wie es geht, Regenreifen fahren. Ja. Auch wenn er steht, äh, Sticktöre Optimum, auch dann noch ein paar Runden. Ja, solange die Zeiten, also wenn er dann die Zeit nimmt, jetzt droppen dann halt, ne, also, keine Ahnung. Äh, noch ein Luder, Moin. Äh, noch ein Luder, Moin. Also haben wir immerhin schon mal, ja, gefühlte drei, knappe zwei bis drei sind es schon mal runter. Okay, zweieinhalb. Zweieinhalb, ja. Ja. Ist ja schon mal die Hälfte. Yay. Ich fahr gerade mit dem Rücken, äh, Ziegenbock. Ich fahr GD3 Position. Nicht Formel 1. Wacht der. Moin, so, Rodon. Ich grüße dich. Okay. Ja, man könnte einen Fahrerwechsel machen, aber müssen wir ja nicht zwingen. Das Ding ist halt bei den Bedingungen, die kannst du schwer, äh, rekonstruieren. Mit dem Regen. Ja. Moin, Potte. Ja, gut, wenn du mal bedenkst, wir haben ein Verhältnis, ja gut, boah, Regenreifen sind ja, boah, hier regnet es gar nicht mehr hier vorne. Nee. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist der Regen weg. Rauch gehört da. Ja, jetzt hat's auch gehört. Max, versuch mal, solange wie es geht, den Regen auf, äh, neben der Rennlinie zu nutzen, um die Reifen runter zu kühlen. Ja. Regen ist nämlich weg. Ja. Ah, ich merk's. Gut, dass du sagst. Und wenn du, äh, die Reifen aus der Trockenstrategie nimmst, Ja, ich höre. Dann mach mal 0,8, äh, 0,8 bis 1, äh, nee, mach mal 1 PSI drauf. Überall. Okay, ja. Was haben wir denn dann für Drücke, muss er mir dann sagen? Ich glaube, er kam bald das TC, TC, äh, ja, oder ist es zu früh beifeucht, das TC auf 6 zu stellen? Ja, lass ihn mal so fahren, er ist gerade in den Ruf drin, wenn er damit klarkommt. Äh, bevor er die Schüssel nachher da noch wegschmeißt, wenn irgendwo Pfützchen ist oder so. Die Pfützen sind ja keine mehr, schlucki. Ja, was war das jetzt gerade hinten am Arsch? Keine Pfützen oder was? Der gepupst. Achso, okay. Da kam halt ein bisschen Land mit. 0,8 bis 1 drauf, hast du gesagt? Manoli hat da gewöhnt, von der Leute zu bekommen. Okay. Also, es könnte sein, dass du vielleicht ein bisschen kältere Reifen hast, aber dafür bist du hinten raus, dann sicherer. Jep. Vor allem bei mir hat diese Manolia-Gang rein hier. Achso, Leute, ich habe gar keinen Puls. Ich habe jetzt 0,9 überall draufgepackt. Das ist einfach dead. Ja, das ist gut. Alien, hat keinen Puls. Alien. Entschuldigung, Niklas, aber ich fahre noch nicht so schnell wie du. Ich glaube, eine Runde, zwei Runden gehen noch. 30, 5, 30, 30, 5. Ja, da geht noch was. Gelb, grün, orange. Ja, fahr mal noch ein bisschen durch das Ding hier. Grün, die war guter und dann. Aber erst kann er runterstellen, das braucht er jetzt nicht mehr. Auf vier. Weiß nicht, mal fahren. Weiß nicht, mal machen. Erst in seinem Hof, wenn das Schienen okay ist. Aber hier, gar keine Pfützen da gewesen. Ach ja, Mensch, das war ja wie er. Entschuldigung, ich fahre mit Low-Budget-Grafik. Ich sehe das nicht. Ich habe das jetzt im Puls. Dein Moneypool muss ja schon auf 10 sein. Auf 10.000, damit du erst mal alles irgendwie kriegst. Ähm... Äh, ja, also... Du musst dir liegen, geben das vor. Ich glaube, hier ist es nicht vorgegeben, aber es macht kaum eigentlich Sinn, kompetitiv mit Controller zu fahren. Also ich würde es nicht empfehlen. Bei der VMS zum Beispiel ist das Pflicht, dass du ein Lenkrad haben musst. Aber VMS muss ja auch, muss man ja sagen, ist ja schon relativ besonders. Ist auch sehr professionell, ja. Wollte ich gerade sagen, lieber Controller als ein G29. Das stimmt, ja. Das würde ich jetzt nicht sagen. Da werden die Reifen auf jeden Fall nicht so kaputt, wie Vincent seine immer. Also meine Einstellungen für gleich. 120 Liter nachfüllen, Reifensatz 4, trocken. Äh, Moment. Er ist schon eine richtig trockene Linie. Entschuldige, was? Ähm, 26, 2, 26, 2, beide vorne und 26, 0, beide hinten. Ja, ist schon eine trockene Linie da. Schreibst du da hinten? 26, 0. Boxen, Stopp, Strategie, 3. Ich glaube, das ist zu viel. Hast du hinten 26, 0 gesagt? Ja. Okay. Also eine würde ich noch. Oh, wobei rechts ist jetzt... Ah, ja komm, eine geht noch. Oh, 26 ist schon ziemlich. Wie lange halten rote Reifen? Ja, eine geht noch. Ja, ich weiß nicht, ob das sogar... Also das ist halt nur 0,5... Also jetzt wirklich bei 31 Grad und 26 ist 6... Also 26 PSI schon echt fett. Also ich würde vielleicht sogar noch 2, 3 rausnehmen. Ja, ich würde auch 2, 3 rausnehmen. Lass mal 26, also 0,2 runtergehen. Ich würde echt sogar noch 0,3 überall runternehmen. Dann machen wir nur... Ja. Nee, ich würde sagen, wir bunkern vorher. Waren wir 25, 9 vorne. Ähm... Max, kannst du überall nochmal 0,3 rausnehmen, weil es wird gerade ein bisschen wärmer und nicht, dass du dir die Reifen komplett wegdrillst nachher. Ja. Und versuch mal bitte Reifensatz 1 einzustellen. Okay. Strecke ist auch greasy, sollte jetzt... Leg die schneller um sein. Naja, stimmt. Es wird nur ein Spenden-Stream für die GoPro geben. Reifensatz 1 ist drin. Die 0,3 gleich runter. Ja, der... Ja, der... Ja, jetzt kann jetzt... Es ist sehr greasy, jetzt ist er jetzt schon... Ja, jetzt wird's... 1, 2, 3... Überall 0,3 runtergenommen. Alright. Wunderbar. Kannst du also wieder aufschreiben, Vincent? Reifensatz 1. Den Rest hast du schon einfach was. Ist ja schon 5 Uhr, das heißt, es wird eher kälter. Jetzt ist aber richtig rot. Es wird nicht mehr wärmer. Ja, aber wie gesagt, vergiss nicht volltanken. Du selber fährst. Yes. Keine Türke. Genau, dann bitte beim Reinfahren auf die Boxenlinie achten mit dem Schild. Ja. Pass auf, dass du beim Bremsen das ein bisschen wild werden kannst. Dass du beim Bremsen mit dem kaputten Reifen... Es gehen jetzt auch alle anderen in die Pizze, also wir sind im Zeitfenster. Wusste ich, P1 ist das so weitergefahren. Ja. Ey, Greasy ist sick, auf jeden Fall der Schneiderfahrer. Hm, ja. Was, die noch draußen bleiben? Ja, die können sich das halt erlauben, ne? Gut. Nochmal checken. Boxenlinie 3, Reifen 1. 25, ich. Passt. Äh, Vince, kannst du bitte noch die Uhrzeit dazu hinschreiben und das Max-Verfahren ist? Ja. Damit wir das so einigermaßen haben in der Übersicht. Das wäre so okay, weil ich kann da nicht editieren. Schreib mal noch bitte dazu, dass das... Ja, äh... Äh, 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 äh. Also die anderen waren noch nicht im Pit drinnen, also wir sind die, also Platz 1 war nicht drinnen, die fahren noch Regenreifen. Ja, aber nur Platz 1, der Rest ist schon mittig. Nee, nee, Platz 3 auch noch. P4 war auch schon drinnen, P5 ist drinnen. Ja, die pitten jetzt noch lang, Step by Step und für uns ist es definitiv so besser jetzt. Max, fahr bloß nicht das Schild um da, das will ich umfahren. Das muss bis 3 Uhr da stehen bleiben. Relations. Ja, nicht, dass wir noch eine Strafe kriegen, wenn wir eine Schild umfahren. Ach, Quatsch. Das fährt jetzt für Settings. Okay, Max, groov dich dann nochmal ein paar Runden ein und je nachdem, wie du dich dann fühlst, vergiss dann nicht das Map umzustellen. Also das TC umzustellen. Ja. Ich weiß ja, ich glaube Max braucht nicht mit Mappen 2. Soll ich jetzt nochmal anfangen, Zweier-Mapping oder Einser? Nein, nein, Einser erstmal. Rufen uns mit dem erstmal ein, so das passt schon. Und da ist der nächste mit der Stop and Go, Alter. Ich wollte gerade sagen, Alter, es ist schon der zweite Aston heute mit der Stop and Go. Deswegen muss der Schild weg. Mach mal der Schild weg. Deswegen muss der Schild weg, Leute. Das ist die Taktik, Alter. Das ist der McLaren, Alter. Das soll nochmal chillt sein, den Nibble, dir. Das ist doch noch gar nicht angefangen. Pani, 24 Stunden zu zweit? Es gibt noch einer für 24 Stunden alleine. Hä? Der Jansch, Alter. Das ist aber ziemlich gefährlich, du. Wir waren gerade in der Box Sonic und P1 und P2 waren noch nicht in der Box. Was ist das für ein McLaren, Alter? Ich meinte, es ist kontraproduktiv, zwischen GT3 und GT4 hin und her zu wechseln? Generell ist es kontraproduktiv, am Anfang die Autos sehr viel zu wechseln. Ja, noch ein bisschen rutschiger als gedacht. Solltest du erst machen, wenn du dich wirklich sicher fühlst. Ja, generell sollte das verboten sein. Also selbst zu zweit sollte das verboten sein. Das ist halt gesundheitlich. Ja, das ist echt nicht cool. Nicht cool. Macht doch kein realer Fahrer eigentlich. Aber hey, who am I to judge? Naja, ganz ehrlich. Da, das ist schon wirklich blöd, sowas zu machen. Das ist auch nicht cool. Das ist auch nicht cool. Das hat einen Grund, warum wir überall im Rennsport mindestens vier Leute auf so einem Wagen sitzen. Also wir inzwischen in Deutschland fahren die meisten zu dritt. Und das war Niklas, das ist jetzt nicht hilfreich. Hat er aber recht. Echt? Ja, ja. Die fahren sehr viele zu dritt. Das finde ich auch schon bedenklich, ehrlich gesagt. Aber hey, gut zu. Ja, die schlafen halt nicht. Die wechseln halt so stündlich über die Kisten. Das ist richtig krass. Na gut nachts fahren, die doppelt sind. Also ein bisschen viel Stunden am Stück können wir dann pennen. Das lasse ich mir nur eingehen. Also zu dritt lasse ich mir nur eingehen. Wenn du halt der Profi bist und diese Ausdauer hast, okay. Zu zweit aber alleine finde ich es, äh, finde ich nicht gut. Nein, zu zweit finde ich es auch schon nicht gut. Ne. Gehen die Drücke aus? 26, 2, 25, 9, sowas um den Dreh. Also, geht so? Okay, kannst du dann an ABS schon mal eins runterstellen. Weil, dass du da wieder die Regeln ansetzen hast. Ein bisschen Tokio-Driftmusik hinterlegen. Ich glaube, die Drücke mal ein bisschen hoch gemacht. Ja, natürlich. Aber besser zu niedrig als zu hoch. Ja, die werden auch in der Höhe schießen, über die ins Wind. Also, da bin ich mir sicher. Wie viel sind die denn zu niedrig? Ein PSI, ungefähr. 26. 26, 0? Ne, 26, 5 und 2. Das ist okay, das kommt gleich. Ja, das kriege ich auch. Wenn die ja erstmal so Fast-Track oder so haben, dann wird es richtig hoch gehen. Mal 26 ist ja schon mal das, was wir brauchen. Also, das ist ja das. 26, dann kommt 27. Zack, ist in mein Fenster. Und wenn wir damit... Ey, bitte, Vincent, wir werden niemals Strateger, Alter. Du lagerst eine Reise manchmal. Das ist nicht mehr feierlich, ey. Pick'em ab. Aber er ist schon schneller als P1 auf Regenreifen. Ha, Vincent, ey, du bist ein... Was ist denn? Was, was? Ja, so, wir sind jetzt bei 26. Und zack, sind wir bei 27. Das ist ja gleich drin, Wolf. Völlig... Ja! Du wirst schon sehen, Alter, du Lümmel. Komm, Quatsch, ey. Was für Quatsch, du wirst schon sehen. Haha! Fair Profi. Jetzt geht aber die Ampel, die... Oh! Gut, ich hab nichts gesagt. Ja, wir können... Also, ich glaube, wir können mittlerweile echt ein Gagball-Emote einführen, Chat. Das können wir machen. Ich bestelle mir einmal ein Eissee und dann fotografiere ich mich mit Gagball. Dann machen wir ein Gagball. Oh, Gott, ist... P2 ist aber auch noch aufregender. Wo ist denn... Wie weit haben wir denn hinter P2? Äh, P2? Warte. Drücke kommen so langsam. 26, 6 bis 27, 0. Ha! 27! Da hörst du es, du Schmatzer! Take this! Ähm... Eine Minute sind wir hinterher. Ungefähr noch. Eine Minute 23. Maga, du wolltest 1,5 aufdrehen. Ich? Ja. Und das Einzige, was... Nein! Das wollte ich nicht gelassen. Ja, und der so... Ja, ja, schon richtig. Und dann jedes Mal, wenn die Stimme der Vernunft aus dem Hintergrund... Ja, eigentlich hast du recht. Alles klar, okay. Da bist du immer doch ein Team, oder nicht? Ah, ja, na klar. Aber du bist ja heute... Ja, also. Du bist ja heute der Boxenstopp-Boy. Ja, aber ich darf mich ja auch nur mit euch gerade schlagen. Danke an euch, alle. Jetzt bin ich wieder. Ja, drückt euch rein. Ey, Woh, nee, nee, nee. Das soll ich nicht sagen? Hey, das ist eigentlich so. Jetzt zieh dich zurück, du... Du, du, du... Lömmel. Wraith, danke schön für 67 Monate. Mann, ne? Das ist ein Quatschkopf. Ich bin ein Quatschkopf! Mann, du kannst in den 24 Stunden Rennen nicht mal 5 Minuten die Fresse halten. Aber echt? Ach so! Ja, doch, kann ich. Aber... Ich bin hier. Leck mich. Fizz, Alter! Großartig. Niklas denkt sich auch nur so, oh fuck, wieso hab ich mir die Scheiße reingetan? Wurde wahrscheinlich schon voll gemuted oder so. So, hab ich irgendeinen Witz verpasst? Na, nein! Nee, nee. Vincent hat mir nochmal seine extravagante Boxenstrategie erklärt. Ah ja! Okay. Das erklärt die laufenden Wäsche, die schrecklich sind die jetzt. Witz ist nämlich absoluter Reifenprofi, Niklas. Also, falls du noch irgendwas für Reifen wissen willst, Vincent kümmert sich. Perfekt. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass der Bot nicht funktioniert mit Discord. Mal kurz mal testen. Sagt mir, wenn ich auf Map 2 umschalten soll. Ich geb dir dann Bescheid. Okay. 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 I, 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 I. Bye. Ihr könnt ja sehen Sonst seht ihr ja nichts Ziemlich ruhig Was hat er gesagt mit sehen? Hat er gerade seinen Livestream angemacht? Währenddessen er fährt? Mit Quatsch? Ach ja, im Teamsteak hat er sein... Ne, im Discord hat er seinen Livestream angemacht Der Profi Ja Michael, rein trainieren Was der Arme kriegt nur Pfeffer von mir? Ach Quatsch, das ist die Diebe, die Vincent Das ist die Diebe, die Vincent sich immer erhofft Der kleine Scheißer Onkel Braden, auf einer Skala von 1 bis 10 Wie wichtig ist deine Sprachnachricht? Danke an euch alle Für euren Support und eure Unterstützung Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg Tschüss, aus, peace, schubi, du Moin Ey, sollte funktionieren, ich habe gerade schon getestet Also ihr solltet zumindest gehört haben, dass Mute und Unmute da war Also P3 war jetzt auch in der Box Wir haben jetzt ihren Stint gemacht Ich habe keinen Sound gehören Dann machen wir doch kurz mal einen Test auf Entschuldigung, ein Moment Und dann machen wir doch mal einen Test auf Und dann machen wir doch mal einen Test auf Und dann machen wir doch mal einen Test auf Die vor mir fighten, oder? Ja. Ja, musst du nur aufpassen, aber kannst trotzdem dich ja da durchzwängen. Ja. Was haben sie wegen den Track Limits im Chat geschrieben? Ach, dass einer da die überschritten hat. Okay. Okay. Nee, die fighten gar nicht, oder? Das ist 30 hinten und 31 vorne. Die kriegen ja Blue Flags. Ja, die haben gerade überrundet, glaube ich. Verkämpfen. Oh ja, der ist eine Lap down, stimmt schon. Recht. Passt recht. Ja. Ja. Also Reifendrücke passen, on point. Nils, wieso höre ich jetzt 15 mal hintereinander hallo chatten? Ja, ist wild, oder? Ist grad wirklich wild, Alter. Ich war gut, den Lümmel, Alter. Ich war auch hier gleich die Modcoin. Ja, wir hören zum Discord, alle. Wir hören zum Discord, aber nicht im Stream. Das ist ja gleich der Tech-Support hier. Wir haben das Trends, Alter. Ich fühl mich wie der Telekom-Zutrale hier. Äh, wir hören ihn, oder? Ja, wir hören ihn hier, aber der Chat hört ihn nicht. Ja, das ist ja richtig, soll er ja auch nicht. Tja, Chat, ihr seid einfach alle zu stark gering, da tut mir leid. Das ist halt anscheinend nicht für euch, genau. Ich höre, ich höre das auch nicht, by the way. Warte? Ja, das ist wichtig. Test nochmal. Jetzt höre ich nix. Hallo? Jetzt hast du es gehört, oder? Ja. Ja. Ja, gut, dann funktioniert es doch. Gut. Also ihr hört ihr es auch leise im Hintergrund, Chef. Gut, dann bringe ich den Bot zurück. Onkel Brain, kannst du noch einmal bitte ganz kurz einen Satz sprechen? Hallo? Hallo Chat? Gut. Dann bringe ich den Bot schnell dahin, wo er hin soll, und dann sind wir ready. Läuft, hab mich gehört. Auch bei der Skala von 1 bis 10, ich bin 30 verwirrt. Oho. What the fuck? Ja, das habe ich mir auch. Ich war, ich dachte mir auch so, so, hä? Weil mich denken wir doch, wer dauert jetzt alle fünf Sekunden Hallo Chat hier rein? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ich dachte mir, er hat gerade in der Race Control und da dachte ich mir, ich bin ja gar nicht mehr verbunden und so, hä? Hallo Chat. Hallo Chat. Dankeschön Onkel Brain. Ja, der Bot funktioniert. Jetzt ist es laut genommen. Sehr gut. Alter, was? Ich sag's immer wieder, ich bin so froh, dass ich 20 Computer zu Hause hab, ne? Für so'n Quatsch. Deine Pace ist aktuell sehr gut. Sehr schön. Weiter so. Halbe Sekunde langsamer, ne? Die, die fighten. Geil. Oh. Wir fahren Slicks, ja. Wir fahren aktuell Slicks. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Als ich das richtig gehört habe, hat P1 29 PSI drin gerade. Alles richtig. Uff. Dann holler die Waldfee. Und die waren auch gerade in den Pits schon, ne? Ja, die waren gerade drin, ja. Und was ich meine ist nicht, dass das P1, sondern es geht auf P3 bezogen, dass wir nach P3 nicht aufholt. Das ist das Gute. Ja, das ist alles sehr konstant laut Pitroll. Mhm. Mhm. I like that. Ja, Max ist wirklich ein sehr guter Fahrer, muss ich sagen. Also ein sehr konstanter Fahrer. Max sagte, die Drücke sind on point. Ja, die sind ja auch von mir. Kappa. Also mit Niklas drücken wären wir am Arsch gewesen. Halten wir das kurz mal fest. Da wären wir weit drüber gewesen, glaube ich. Aber wir wären am oberen Ende gewesen, ja. Obwohl, doch. Wie viel hast du gesagt? 0,5? Ich habe gesagt, ungefähr 1 PSI. Wie feucht ist es? 1,5. Ja, und mit 1,5? Wir haben jetzt 0,6. Oh, da wären wir aber richtig hoch. Da wären wir bei 30 gewesen, glaube ich, oder? Naja, 28, 4 oder so. Ja, gut, okay. Genau. Ich wollte gerade sagen, die 27,5 plus 1,5. Halt dein Schnauze! Ich habe gerade... Entschuldigung, ich habe gerade Rechenfehler gehabt, okay? Ja, ja, ja. Chat, kann mir mal bitte jemand aus dem Dokument sagen, wenn ich fertig bin mit Fahren? Morgen früh? Um 9.40 Uhr, oder? Ich müsste um 9.40 Uhr fertig sein. Um 9.40 Uhr bin ich fertig, ne? Gut. Äh... Gut. 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 Schön, dann haben wir morgen früh, wenn ich aus dem Dings rausgehe, Chat, aus dem Auto, gehe ich fix duschen, dann lasse ich das hier alles für euch laufen, dann ist Frühstücksfernsehen nebenbei, ich frage mal, ob wir das Ganze in den Dings reinkriegen, in den Spotscreen, und dann könnt ihr beides simultan gucken, und danach bin ich wieder da zum Rennende. Ufi. Ufi. Schön. Und wir haben morgen auch noch so ein richtig leckeres Frühstück. Boah, Maga. Das wird richtig wild. Bist du bis dahin wach? Ich überlege, ob ich nachher so gegen Achte, Neune, wenn noch jemand hier ist für die anderen Fahrer, ob ich dann vielleicht eine Stunde oder zwei pennen gehe. Also ich bin wach, ich habe keinen, mir geht's gut, aber ich glaube, ich will halt meinen Schlafrhythmus nicht komplett zerficken. Also, Anteil abgelehnt. Okay, gut, dann machen wir wohl durch, Chat. Niklas hat gesagt, wir machen es morgen Abend durch. Ich muss sowieso, warte mal, wann müssen wir den Stream restarten? Ich muss mich mal daran erinnern, dass wir bei... Bei Rennendistanz 11 Stunden 30 müssen wir den Stream kurz restarten, weil sonst funktioniert das Backup bei YouTube nicht. Also können wir bitte die Schwarmintelligenz, die wir haben bei 11 Stunden 30... Ne, bei 12 Stunden 30 Restzeit, das hinkriegen, dass wir den Stream einmal kurz restarten. Weil sonst habe ich nämlich kein vernünftiges, funktionierendes Backup bei YouTube. Gut, das wäre kacke. 12 Stunden 30, Joni. Also im Rennen 12 Stunden 30 Restzeit. Ne, scheiße, geht gar nicht. Warte mal, wir haben ja eine Stunde früher angefangen zu streamen, oder? Okay, Chat, nochmal. Fuck. Wir müssen jetzt rechnen. Boah, ist das ein logistischer Clusterfuck heute. Fuck my life. Also wir sind jetzt bei 4 Stunden 17. Das heißt, wir haben jetzt noch 13 Minuten übrig, dann sind wir bei 4,5. 4,5 sind 8, 7,5. Also in 7,5 Stunden. Hey Siri. Hey, hey Siri. Stelle Timer auf 7,5 Stunden. Marga, du sollst nicht einen Wecker auf 7 Uhr stellen, du sollst einen Timer auf 7,5 Stunden stellen. Warum ist künstliche Detigenz manchmal nicht so intelligent? Äh, Timer. Wir brauchen... Was habe ich jetzt gesagt? 7,5 Stunden, ne? Ja. 7,5 Stunden. Also machen wir es auf 7 Stunden. Und dann müssen wir in 7 Stunden müssen wir den Stream restyliten. Gut. Das ist um 1 Uhr 22. Also da muss ich auf jeden Fall da sein. Hält. Wärst du da nicht sogar teilweise? Ne, ich fahr um 3 erst. Ach so. Na dann. Ich fahr um 3 und um 9. Ne, um 3 und um 7 Uhr. Scheiße, dass man sowas bei YouTube nicht automatisieren kann, ne? Das ist nicht so doof. Ja, wie viel Zeit geht da? 11,5 Stunden? Oder wie viel kann man da... ...an einem Stück... Ja. Man kann 12 Stunden und danach verschwindet das Bot. Danach... Also du kannst ja weiter streamen, aber dann gibt es keine Aufzeichnung davon. Toll. Muss nicht einer vom Server runter? Ich weiß nicht, was du meinst. Quatsch. Keine Ahnung. Wir sind doch nur zu 2. Das ist ein Bug. Sind nur Niklas und ich gerade drauf. Genau. Max hat auch nur Connection zum Server. Ja, ich muss den Server restarten. Den Streaming restarten. Wieso machst du nicht 3x8? Na, weil ich dann 3x den Streaming restarten muss. Und ich kann dir eins sagen, Zuschauer mögen das gar nicht. Wird ich auch nicht. Mach doch jetzt. Nö. Zuschauer hast du diesen Trick. Ja, stimmt. Ja, das Ding ist halt, wir zeichnen das eh auf. Also davon gibt es ja auch noch eine MP4. Aber ihr wollt keine 25 Stunden MP4 runterladen, Chat. Also ist jetzt nicht so unbedingt ein geiles Erlebnis. Wie groß ist sie ungefähr? Naja. Die wird schon ein paar Gigabyte haben. Also ich kann dir das nicht so genau sagen. Ich müsste nachgucken. Dann kann ich es dir sagen. Aber ich würde schon mal so gepflegte 60, 70, 80 Gigabyte. Oh, lecker. Also bei Twitch ist ein 9 Stunden Stream in unfassbar hässlicher Qualität 8 Gigabyte groß. Und das ist reine, also das ist Rohqualität. Die sieht halt noch besser aus als der eigentliche Stream, den man sieht. Der ist nicht komprimierend. Also ich würde schon sagen, so 80 Gigabyte müsst ihr bestimmt schon einen Videofall haben. Ja, aber 90 Gigabyte Videofall in Adobe Premiere reinzimmern. Chat ist nicht geil. Nee. Das macht nur mit einem Ripper Spaß. Ansonsten nicht so. Deswegen, also ich muss da wirklich dieses Mal ein bisschen darauf achten, weil ich möchte dem Cutter da ein bisschen Arbeit abnehmen. Deswegen müssen wir wirklich neu starten. Ab wann spricht man von einer guten Rundenzeit in Sosuka? 2.0. 1.59. Polo do Leo. Temperaturen. Genau. Also wenn es kalt ist, äh... Also Niklas ist letztens und der ist schon ekelhaft schnell eine 57.5 gefahren. Äh, 3 tatsächlich. 57.3, Entschuldigung. Wir wollen ja nicht, äh... untertreiben. Und das ist schon sehr schnell. Also das ist schon sehr, sehr schnell. Aber leer und Quali-Setup. Ich fahre voll. Bei 29 Grad. 2.1 niedrig. Niedrig-Temperaturen. 2.0 irgendwas voll. Und, äh... Leer-Quali fahre ich, äh... fast 1.59. So, jetzt kannst du damit, äh... mit den Infos, kannst du das ungefähr ausrechnen. Wie lange fährst du schon Niklas Sim Racing jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Aber jetzt sag mal bitte nicht 3 Monate oder so. Also allgemein Sim Racing oder Competitive Sim Racing? Nee, so allgemein. Boah, das ist das erste Mal mit Lenkrad gefahren bin ich, als ich 6 war. Okay. Jetzt bist du 7? Nee, 23. Okay. Und, äh, Competitive jetzt so? Also, so richtig reinschwitzen? Äh, seit 2000... Oh, ist es verschluckt. Nee, seit 2013. So war die 15. Das war auch schon eine ganze Weile. Krass, du hast aber auch schon... ...8 Jahre jetzt. Ja, zwischendurch mal eine Pause gehabt von 2 Jahren, aber... ...ja, ist schon eine lange Zeit. Fährst du denn jetzt, äh... Also, Competitive heißt jetzt für dich, äh, so richtig in... ...ja, wie nennt man das ja in dem Team heute? Ähm... Der Competitive ist für mich auf jeden Fall in der Liga sein, sich mit anderen messen. Äh, dann auf High-Level Competitive ist dann nochmal eine andere Sprache. Andere außen mal. Wenn der Herr hinter mir ein bisschen näher kommt... ...muss ich den vorbeilassen? Theoretisch musst du ihn nicht vorbeilassen, weil er ist Backmarker. Für dich würde es aber... ...weitau ist... ...sinn... ...also es würde Sinn machen, weil es ruhiger ist für dich dann. Äh, mich... ...aktuell schütter mich nicht. Na, dann fahr einfach weiter. Müssen tust du gar nichts. Okay. Wenn er dich vielleicht irgendwann anblinkert und dir ein Zeichen gibt, dann... Ich hab keinen Spiegel an. Kann er ruhig machen. Gut, ich hab keinen Spiegel an. Ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung für Rennsport. Also, wenn er dir sauber... ...im Nacken hängt und dann durchfährt, dann macht... Ja, das ist was anderes. Übrigens, wenn du... ...ahm auf der Startziel bitte F1 durchschalten. F1? Ja. Die Kamera? Ja. Warum? Du wirst es gleich sehen. Achso, ich will den Rückspiegel nicht. Ich werde schon nervös. Ne. Hä? Okay. Okay, ähm... Ja gut, darüber reden wir jetzt nicht. Ähm... Gut. Aber wie gesagt, du hast Vorfahrt in der Hinsicht. Also, musst du ihn erst vorbeilassen, wenn es wirklich keinen Sinn macht, dass dir hinter den Nacken hängt und dir auf den Sack geht in der Hinsicht. Ja. Habt ihr einen besseren Überblick? Könnt mir ja Bescheid geben, wenn er... Wenn ich ihn vorbeilassen soll. Naja, er war aber zwei Sekunden hinter dir und hat aufgeholt. Also, mir ist es halt wurscht. Äh, 45 Sekunden ist P1 vor uns, Jet. Also, noch nicht so weit. Der Dirty Air dann. Ich weiß halt nicht, ist er viel schneller? Oder ist das P11, ne? 2,3. Nö. Zwei Hundertstel. Aber die Zwei Hundertstel kann er jetzt natürlich auch langsamer sein, weil Max voll im Pferd. Ne, eigentlich nicht. Weil der sitzt ja schon die ganze Zeit mir im Nacken, mehr oder weniger. Wenn ich mich eben nicht verschluckt hätte, dann... Fahr deinen Stiefel und der wird dir das schon signalisieren, wenn er vorbei will. Entschuldigung. Für so eine Zeit. Der Stint-Zeitplan ist noch relativ virtuell, ja. Relativ. Zwischendurch kam mal Regen. Und ein Stint wurde gekappt. Schon eine halbe Stunde. Schönheit, gesund bist ja. Schön bin ich auch. Brauch ich auch nicht. Ich finde es so krass, dass es halt 29 Grad sind, obwohl es bewölkt ist. 19. Das Auto kann auch einen technischen Defekt bekommen. Bist du in die Box gefallen? Ja, ne? Das sieht so aus. Nö, der ist immer noch hinter ihm. Ich denn? Ah, okay. Hat Meter verloren. Ja, die Lecks sind wirklich sehr wild. Aber mittlerweile gucke ich da nicht mehr so extrem drauf. Am Anfang hat mich das schon ein bisschen... War schon komisch. Ey, Phil, äh, Phil, moh, nicht wüsste ich. War schon komisch. Winsinn, du mutest dich sehr viel in letzter Zeit. Was ist los? Magst du uns nicht mehr, oder wie? Ausmix. Nö. Gut. Na, ich hab gesagt, ich soll die Klappe halten. Jetzt halte ich die Klappe. Ja. Genauso hab ich das auch gesagt, weißt du? Ja, dann. Hör auf, so komisch, so grinsen. Ich hab den Stream von dir nebenbeauft. Du Pim, ich seh, dass da grinsen. Über drei Ecken, ganz genau. Lutscher, Alter. Hey, 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 hey. Bisschen Respekt vorm Alter hier, Jungspun. Ja, du bist mein Chubber-Chubbs. Ist doch klar. Was bin ich? Dein Chubber-Chubbs? Ja. Was hat das denn für einen Zusammenhang, Gen? Weil ich doch gar nicht den Lutscher gesagt hab. Okay. Ach Gott, okay, ist das nicht. Lass da landen. Okay. Doch, ich gette das schon. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Das ist nämlich eigentlich so ein Ding, das würde normalerweise meine nicht verhaltene Freundin zu mir sagen. Dafür hast du ja... Dich, genau. Ähm... Okay. Niklas ist da so... Äh... Was ist da? Und welche Rolle nimmt mich hier bei euch einen dann? Dreiecksbeziehung? Das ist eine gute Frage. Das können wir jetzt herausfinden in den 24 Stunden, das wir miteinander haben. Genau, 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 genau. Ja, er hat mich gerade Lutscher genannt. Was ist nicht so schlimm, Gen? Das würde dann eher auch Freundschaft Plus hinauslaufen dann. Das ist kein Problem, Niklas. Ja, aber du bist schon was bes... Habt ihr bestellt, sein Körper zur Verfügung? Das ist ja auch was Besonderes. Ich... Was für Tarkov nebenbei. Vincent ist voll im Rennen drinne. Vincent ist nämlich heute Renningenieur. Also zumindest... Meister der Reifendrücke. Alter, ich bin weg. Sehr gut. Niklas erkennt den Vibe schon. Adaptiert. Finde ich gut. Sehr gut, sehr gut. Schön, schön. Ja, warte mal, Niklas, bis Vincent dir fünf Runden braucht, um Reifendrücke zu geben. Und du eigentlich nur noch zwei draußen bist, weil du gleich rein willst. Dann haltest du so eine Schnauze. Ich muss das nochmal kurz ausrechnen. Und ich fandst du... Nein! Vincent, mach mal überall 0,2 weniger. Ja, warte kurz. Ich muss das mal eben ausrechnen. Ich hab was auf den Discord umschreiben müssen. Fünf Runden? Mit Tür auf Rumpf, Peter, Mann. Fünf Runden später? Ja, Reifendrücke habe ich jetzt. Nee, Vincent, es waren drei verfickte Scheißen. Drei Runden. Vincent, ey. Oh Gott. Ich glaub, wir machen wirklich mal... Soll ich eigentlich irgendwann auf Map 1 umschalten? Nach 14 Runden und 30 Minuten. Passt ja eigentlich. Nein, Map 2, sorry. Du bist auf Map 1, das passt so. Fahr weiter, Map 1. Fahr durch, du hast nicht so einen hohen Spritverbrauch. Oh Mann. Ich glaub, wir machen bald mal einen Moneypool, dann können wir den Texas Instruments Taschenrechner kaufen. So ein richtig schön für 200 Euro, der macht das dann alles nur alleine. Ich mach keinen Taschenrechner. Ich glaub, ich muss Rechnung Bier aufmachen, so soll ich dir durch, ey. Kein Alkohol beim Fahren, bitte? Ich fahr ja heute nicht. Reicht da keine Excel-Tabelle? Maga, für Elvenko reicht keine Excel-Tabelle. Alter! Das... Ah! Oh Mann, witz. Ich bin nicht so geringverdiener, dass ich Excel nütze. Ich nimm Access dafür. Nee. Du nicht. Nee, dann bist du... Dann bist du geringverdiener. Achso. Achso. Ja, ein Rechenschieber, würde ich fühlen, ja. Kannst du mir zu... Könnt ihr mir zu Weihnachten schenken? Wie er auch noch Ansprüche stellt, hier. Wir machen einfach einen Donation-Dor für ihn. Ja, Manni... Wir machen... Wir machen einen Moneypool auf. Gucken, wann was dabei rauskommt. Oh Gott. Hat mich letztens... Wahrscheinlich... Mich hat letztens wirklich einer gefragt, ob er dir Reifendrücke-Calculator basteln soll. Ohne Scheiß jetzt. Kein Witz. Echt? Ja, bei Instagram. Das ist bitter. Das ist bitter. Ja, ich hab gesagt, nee, Vincent lernt das noch. Ich kann das. Mach nur Scheiß in letzter Zeit. Maga, du hast doch nicht... Also wirklich, ich glaube... Nein. Du bestellst mir jetzt nicht, dass ich das noch keinmal auf die Reihe bekomme. Genau das mach ich, Alter. Bruder, du kleiner Klümmel, Alter, ne? Genau das mach ich mit. Also, ich weiß zwar, ich war ein paar ein bisschen gepfeger. Ja, das stimmt schon. Aber, es gab durchaus Rennen, wenn das gepasst hat. Warte, 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 warte. Ruhe, ruhe, warte, warte. Flash ihn weg. Halt mal kurz den Sappel. Mann, Mann, Mann. Schön gelöst, Max. Auswertig. Hauptsache, der Lümmel tut noch nicht. Dann hube ich gleich durch, Alter. Okay. So, ich habe gerade nicht verstanden, was du gesagt hast, was? Ich habe gesagt, ja, ich habe zwar ein paar Rennen verschissen, aber auf ein paar Rennen habe ich es gut hinbekommen. Das stimmt, ja. Aber da haben ja auch die anderen die Reifen übergegeben. Scheiß. Die, die du mir gegeben hast, waren viel zu hoch. Banden. Banden? Ja, Banden. Du hast sie mir einmal gegeben. Ja? Einmal. Ja. Und da waren sie zu hoch. Da waren sie scheiße. Und das war Imola. Ja? Ja. Ja? Es war aber nicht, dass das... Guck mal, aha. Guck mal nochmal genau. Nein, es war... Nein, das weiß ich ganz genau, dass das war. Ja. Ja. Ey, guck mal nochmal. Es ist wie genauso, wenn einem Michel irgendwelche Reifendrücke fürs Regen geben. Die sind auch scheiße. Das war komplett... Nö. Aber das war mit, ähm... Ich weiß gar nicht, wann das... War das... Sind wir damals... Ja, doch. Weißt du, warum die Reifen... Imola zusammengefahren. Ja, ja, ich weiß. Weißt du, warum die Reifendrücke nicht gepasst haben? Weil du dich... Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Weil du Eiernacken, die noch verstellt hast und dich darauf nicht verlassen hast. Deswegen waren die Reifendrücke zu hoch. Du Blitzbirne. Ja, das musst du doch... Ich? Das hast... Nee, 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 nee. Das hast du alleine gemacht, als du im Auto gesessen hast. Im zweiten Stint. Ich hab sie dir angepasst und du hast sie umgestellt, weil dir irgendwas daran nicht gepasst hat. Deswegen waren die zu hoch. Ansonsten wären die nämlich passig gewesen. So. Und jetzt darfst du gerne in dein Bots rumwühlen und darfst das gerne mal rausfinden, du kleiner Stinker, du. Ich hab dir grad nicht zugehört, weil ich was gemacht hab. Was ist das? Oh, sorry. Ich hab dir grad nicht zugehört. Ich muss doch nicht zugehört. Ich hab grad mit dem Team Hütten zu uns geschrieben, weil die uns grad gefragt haben, ob sie vorbeifahren. Ja, ja, ja. Natürlich. Kannst du auch nicht zwei Sachen gleichzeitig, ne? Äh, Max, bitte den BMW bei Startziel vorbeilassen. Okay. So, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Ach, nein. Brauch ich nicht mehr. Ist okay. Haben sie sich beschwert? Nee, beschwert nicht, aber sie sagen, sie könnten schneller und wollen fragen, ob wir sie vorbeilassen. Wenn der nicht fragt war, sag ich, ganz ehrlich, der hängt in den Arsch. Wenn er schneller ist, Ja, aber mach das, die lassen ihn vorbei. Kurzer, dann easy. Keishock, danke für den Follow. Ja, Chat, wir brauchen wirklich eine Reifendruckkommission für diese Vorfälle. Können wir, aber ab heute möchte ich das, nee, 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 ruhe jetzt. Ja, ja, aber. Ab heute möchte ich das Reifendruckkomitee eröffnen, was all diese Vorfälle mit nicht passenden Reifendrücken dokumentiert. Ich weiß nämlich, das Internet vergisst nicht. So. Ich möchte aber kurz anmerken, dass dieses Drücke auch ab dem Punkt fehlen, wo er zwar nicht meckert, aber diese auch nicht den richtigen Idealwerten entsprechen. Meine? Ja, deine sind auch oft zu hoch. Nee, das stimmt nicht. Doch. Oh, doch. Oh, doch. Warte, 27,9 ist nicht so hoch. Ja, für eine halbe Sekunde lufe ich aber jetzt nicht. Das war letztens ein Immolader, stimmt, ja? Nein. Doch. Das war nicht nur Immola. Das war auch zum Beispiel so, ich weiß nicht, um Gottes Willen, Alter, wo war das überall? Das war, ich glaube, ich bin Hübergring war das. Nein. Ja, also, es war sicherlich nur auf Immola. Doch. Safe. Doch. Da kannst du mal dein Neutis rumwühlen. Ja, kann ich machen. Kannst du mal machen. Ja. Mach ich? Ja. Da wird mir nämlich auffallen, dass die passen. Wenn sie von mir waren. Klingt schon fast wie, wir klingen schon wie die Reifen haben gezählt. Was ist denn hier los? Das sind wichtige Gespräche, Niklas. Hä? Warte mal. Hättet ihr denn das nicht vorbeilassen sollen? Ja, wer hat denn... alle beiden berundet? Was? Wie möchtest du das Tortendiagramm? Balken oder Excel-Tabelle? Nee, Excel-Tabelle. Oh, Wink... Oh, Vincent. It's on. Chat legt los. Was sollst du doch? Ich muss aber sagen, ich werde heute wahrscheinlich auf Suzuka meine Drücke auch nicht perfekt haben. Da habe ich mich die ganze Woche schon mit schwer getan, bin ich ganz ehrlich. Nicht nur du. Mir fehlt immer eine Seite. Es ist ja egal, solange sie in Start-Ziel halt alle dementsprechend sind. Das ist wie mit Silverstone. Die wird die eine Seite bei dem einen Teil der Strecke mehr machen, auf den anderen der andere Teil. 22 Minuten noch mein Stint. Die Luftdrücke sind okay, könnten aber angepasst werden. Niklas, ich weiß nicht, ob du deine schon rausgefahren hast. Hä? Der fährt doch ein Doppelstint. Ja, Magga, hat der wohl schon mal einen Regenstint hinter sich? Wo Eiernacken? Ah! Guten Morgen. Ja. Danke. Vincent, so... Ja, heute Morgen über die Boxen-Crew, Alter. Heute bin ich mal rennig in die Höhe. Ja, Max, dann war noch ein Stint in der Herd jetzt hier, ne? 2,5 Stunden, dann machst du jetzt hier. Ich war ja von Max hier zusehend, ich war da so confident, dass der noch ein Stint fährt. Das ist doch gut. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Max, das ist geil. Du bist echt so so ein Kek manchmal, das ist wirklich der absolute... Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Ähm, so der Fährt und uns stint jetzt hier, oder was? Ja, wenn du siehaut reingehen, wo keine Ahren rein, hier, ne Scheiße. Hab doch auch gesagt, wie wir drei verdrücken. Sack, pengst 27 auf den Knall. Hast du alles? Und Niklas denkt sich halt schon so nach acht Jahren Simracing und ein bisschen semi-professionell. Oh Gott, wo bin ich hier gelandet, Junge? Was soll das denn werden heute? Wie sind wir auf zwei gelandet? Ja, gut. Ich bin kein Spaß mehr gewohnt, aber das ist gerade schon, äh, wild. Ja, aber, ey, es ist lustig. Ja. Also, wo ist das Problem? Ich seh keins. Ja, also. Hier bleibt kein Auge trocken, sollen sie mal hier nicht so anstellen, alle hier. Meine ist auf jeden Fall nicht mal trocken, ey. Ja? Ja, ja. Also, du darfst ja auch voll mitmachen. Äh, Niklas, wir teilen uns das unter dem Team immer. Also, du darfst bei jedem Meme mit einsteigen. Zählisch. Also, bei Reifen drücken darfst du gerne immer Nils verantwortlich machen. Ja, ja, deswegen fährt Max ja auch gerade die guten Reifenbrücke, richtig, ja. Deswegen, ja, stimmt, die Verantwortung über den Team. Ja, ja, genau. Ja, Niklas, eineinhalb, du, ja, wir schrauben runter. Ich so, ja, können wir schon machen. Und jetzt, ach so, ja, jetzt rum wieder alleine im Heiß. Wir haben noch, nee, 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 warte mal, nee, 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 wir haben noch mal, ultimate, ja, 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 ja. Wir haben ja noch mal 0,3 reduziert. Noch mal. Ja. Ja. Ich hab das unterstützt. Ich hab die supportet in der Hinsicht. Ich bin da komponent mit gewesen. Ja, okay, Niklas ist jetzt die reifen Pfeife. Genau. Jetzt haben wir es rausgefunden. Aber 0,3 mehr wäre auch nicht schlimm gewesen. Wird immer noch was. Ja, 0,3 wären jetzt auch noch gut gewesen. Das stimmt. Aber 1,5, dann hätten wir richtig so hier einen bis 1,5, nachdem wie feucht es ist. Schön. Da ist sehr still. Siehst du, guck mal hier, Chat. Ah, sehr. Okay, die reifen Pfeife ist immer noch Vincent und nicht Niklas. Niklas, 1 drauf, Vincent sagt, mach mal 1,5. Sehr gut, Chat. Da haben wir mal wieder das Nein, nein, ich hör mir Gott, Niklas hat gesagt, 1 bis 1,5. Das möchten wir bitte aufnehmen in die Ex-Tabelle. 1,5 kann man ja schon machen. Und dann kam ja, du, das wird aber schon trocken, sollten wir runtergehen. Dann habe ich gerudert und dann habe ich gesagt, nee, genau, gehen wir doch wieder runter. Moment, Vincent, heute ist der 7.8, 18.48, Beweisstück A, Groß Chat. A, 38. Ah, sehr gut. Die erste Reifenpfeife von diesem 24-Stunden-Rennen geht an Vincent Gottwald. das Heft ist du richtig an, Alter. Nein. Hey, wow, ich habe Beweise. Nee, aber das war schon ausgeglichen. Das war da, nee. Nee, ich habe ja, nee, würde er jetzt die Falsche fahren, dann wäre es schon kacke gewesen. Aber ich habe mich ja doch für die richtige Entscheidung entschieden. Du hast für alles eine Ausrede, Alter, für alles. Ja, ich bin halt einfach, ich kann es halt. Lass mich mal zu feiern. Ja, alles kannst du, Alter, alles, aber nicht fahren. Fahren kannst du auch. Hey, fahren kannst du auch. Okay, fahren kannst du auch, aber Renningenieur musst du wirklich noch ein bisschen daran arbeiten. Fahren kannst du wirklich. Entschuldigung, der geht zu weit. Wie war das nochmal? 27.5 plus 1,35? Ja, das stimmt. Entschuldigung, das nehme ich auch auf meine Kappe, ja. Aber da war ich gerade gedanklich woanders, aber jetzt. Das Mathe-Genie einfach. Ja, ich hatte schon lange kein Mathe mehr. Pfeffel. Da wundert es mich auch nicht, dass du das beim letzten Mal auch nicht berücksichtigen konntest, dass sich die Drücke da schon abgeändert hat. Das ergibt alles jetzt Sinn. Du hältst deinen Schnauz, ich habe dir die richtigen Drücke gegeben und du, Pimmelkopf, hast du einfach hochgedreht. Na, ja, ja, nein, nö. Ja, nö. Ich weiß, da kann ich dir jetzt aber nicht folgen, du. Schön, hey. Das wird ein gutes 24 Stunden Rennen. Wir sind ja erst vier Stunden drin. Mein Kiefer ist schon ein bisschen voll. Wir halten fest, alles reifen Pfeifen außer Mutti. Das stimmt. Und Niklas. Ich bin mal gespannt, ob du das nach 24 Stunden immer noch sagst. Dass du eine reifenpfeife bist? Du, dass ich keine wünsche. Du, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben alle mal scheiß reifen drücke gehabt. Wie sieht jetzt eigentlich mit Essen aus bei dir, Vincent? Eltern angekommen oder? Warte mal, ich suche mal meine Glocke. Äh, also... Mama, Essen! Äh, wir sind äh, 52 Sekunden von P1 entfernt und äh... Ja, mal gucken, wo die sind, Alter. Ich hole mal die Peitsche aus dem Schrank. Nach 16 Minuten meins sind... P3 ist... ähm... 23 Sekunden von uns entfernt. Und sieben Runden habe ich noch, Litter. Also, Benzin für sieben Runden. Zu, Moin. Aber Reifendrücke haben wir ihnen immer noch nicht gegeben, oder? Für die nächsten sind? Nö. Naja, du hast vorhin gesagt, dass die Standarddrücke... Also, bis zu... 28 Grad Luft sind. Ja. Jetzt ist 26 Luft. Ja, mach mal zwei hoch dann. Jetzt haben wir 28 Track. Zwei hoch... Also, 0,2 meinst du? Jaja, zwei Klicks halt. Ich frag's dich jetzt, ob wir nochmal nachmachen. Ja, jetzt... Ja, du klickst nicht, wie sie. Du denk dran, du hast ein strammes Publikum. Der Reifen-Five-Ward kann auch sehr häufig vergeben. Naja, du musst halt daran denken, der geht auch noch runter, ne? Also, wenn du jetzt fährst, der ist eben gerade noch um einen Grad gedroppt. Das ist jetzt 5 Uhr, 18, 19. Also, du wirst ja... 18 ist 1 bis 19. Ich würd sogar, ehrlich gesagt, dir mit den 0,3, würde ich schon sagen, hast du schon... schon ganz gut, glaub ich. Ja. Äh, Max, kannst du auf alle Reifen 0,3 PSI drauflegen? Klar. Und dann wählst du Reifensatz 2 aus? Ja. Warte. Also, hinten ist ein bisschen bei mir weniger Luftdruck drin als vorne. Ja, die Drücke sind von Niklas standardmäßig eingestellt gewesen. Okay, ja, dann passt's ja. Ja. Aber dann kannst du, wenn du Zeit in Luft hast, kannst du ja Niklas nachher auswählen und dann hast du dann Ruhe bis zum Ende. Ja, ja. Nice. Und du fährst noch einen Stint, Max, ja. Also, das heißt, er hat viele... Also, 25,6, 25,5. Also, der Sechste ist da vorne links, der Rest sind 25,5. Jo. Okay. Und du fährst noch einen Stint. Reifensatz 2, volltanken. Gleich noch den Niklas auswählen. Moins, it's news. Ah, Mann. Gut. Mal checken. Sieht gut aus. Das kann jeder Fahrer für sich selber entscheiden, wo er das macht. Ehrlich gesagt. Manche können das nur auf Ergraden, manche können in Kurven reden. Schon immer. Ich glaube, mit Max kannst du immer quatschen. Überall. Und andere Leute... Also, ich zum Beispiel mag nur auf Granen reden. Willst du gar nicht. Äh, Max fährt... In der Tat... Glaube ich sogar Paul Rekar auch mit. Wenn ich mich nicht irre. Ach so, Lugat, schnell den... Ach so, nee, den Gag bringe ich nicht. Nee, 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 nee. Ich glaube, ich glaube, das stellt ihr euch witziger vor, als es ist. Außerdem wäre die Antwort von Max... Na klar, mache ich. Ich fahre noch ins Ding. Ja, also, bis auf Velvinko sind alle sehr ruhig. Als Mitfahrer. Das ist aber auch kein... Oh Gott, ey. Kein Thema. Boah, der ist nicht schwer. Hm, 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 hm. Äh, übrigens, äh... Weil Vinko gerade nicht da ist, äh... Max, Vinko hat gesagt, du sollst irgendwie noch ins Ding fahren. Was? Äh... Weiß ich nicht, was mit Niklas? Ich glaube, ich soll nicht mal... Ui, den Newton... Ist Niklas nicht da oder was? Alles gut. Ah, okay. Vincent war nur verwirrt. Okay, wollte ich schon sagen. Also, zur Not hätte ich's gemacht, aber... Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Wer fährt schneller, Michel oder Niklas? Niklas. Niklas... Ein Michel. Niklas fährt schneller als Michel. Aber Michel, es wird auch alt und pimmelt viel rum. Also, nicht... Also, ich meine das nicht böse... Ich würde sagen, ich komme in zwei Runden rein. Ein bisschen Puffer. Michel pimmelt halt viel rum. Ich denke mal, dass Niklas ein bisschen mehr fährt. Als Michel. Meine Pace lässt nämlich gerade ein wenig nach. Außerdem ist Michel auch ultra alt schon. Das macht ja auch viel aus. Guck mal, Niklas ist Blutjunge 23. Da geht halt alles noch. Da sind noch Reflexe da. Wenn Michel lenkt, dann fühlt sich das an, als wenn du mit dem Busfahrer redest. Äh, mit dem Busfahrer fährst. Definiere ultra alt, über 30. Damit kannst du dich eigentlich schon, äh, mit dem Bolzenschussgerät erlegen lassen. In... Bei den Gamern. Da hat's ja nix mehr... Was... Guck mal, wenn ich jetzt mit, äh, 36 anfange, Counter-Style zu spielen, kannst du mir ein Bolzenschussgerät geben. Da kann ich in der Ränderliga spielen. So, aber ich verabschau mich mal aus dem Discord. Ich bin dann wieder drüben und das. Jo, mach das. Ja, wenn's danach geht, können sich 90% aus meinem Stream, äh, hier... So ein Gerät holen. Ich hab mich... Also, ich red ja nur über mich selber. Ihr seid ja natürlich alle... Prädestinierte... E-Sports-Athleten. Ganz klar. Das wissen wir doch alle, Chad. Okay? Ihr seid E-Sports-Athleten. Ihr seht aus wie Arnold Schwarzenegger. Anne Finger. Dieses Give-Away von HC-DISSI-Bolzenschussgerät. Nun. Wird jetzt in dieser Runde reinkommen, wenn der Niklas ready ist. Ich bin ready. Okay. Kannst du gerne noch hinten 0,1 höher gehen von den Drücken her? Ja. Oh, oh, oh. Da wird hart an der Reifenpfeife gearbeitet. Immer noch. 1,0 höher, ne? Nee, 0,1. Aber Spaß. Wie wir uns den ganzen Tag einfach alle nur noch verarschen hier. Das wird ein gutes Rennchen. Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Motors noch an? Äh. Ich hab den ausgemacht. Nee. Äh. Jetzt, ja. Na, toll. 15 Sekunden. Das sieht so nur an. 10, bitte? Das sieht so nur an. Äh, mach ich. 5. 4, 3, 2, 1. Ah, sorry. Gut, dass du das gesagt hast. Jupp. Da ist er. Ah, Mist. Viel Spaß, Niklas. Ah, Mann. So ne Scheiße. Alles gut. Gut gefahren. Wachs. Achso. Floppen. Super Winkler. Gut aufgepasst. Gut gefahren. Ja, vielen Dank. Bis auf die Scheiß-DT am Ende. Joa. Das war unnötig. Passiert. Ja. Ist ja wirklich so einfach zu verhindern. Naja. Das holen wir als Team wieder raus. Ja. Ich hoffe es. Na klar. Heute ist gute Stimmung. Ah. Ne gute Stimmung ist die Leistung immer toppy. Wie viel war ich denn so schnell? Gibt es nicht sonst irgendwie eine Stop and Go? Echt? Hm. Du bist runter auf 50 und bist ja nochmal irgendwie hoch. Also es war sehr weird irgendwie. Ich hoffe es nicht. Ich will eine Linie. Komm, Essen. Drei, Figur. Ja, wie Zeit geht bei einer DT-Flöten? 30 Sekunden? Ja, die Box ist ja zum Glück gar nicht so lang, aber unnötige 30 Sekunden, die holt Niklas jetzt raus. Ja, alles gut, Max. Das ist völlig normal. Haben wir schon Cuts drin? Nee. Naja, siehst du, ist alles gut. Also zumindest jetzt nicht von mir, von Niklas, aber auch nicht. Dann ist alles gut. Ich habe festgestellt, dass meine Wheelbase irgendwie locker ist. Das ist nicht gut. Ja, ein bisschen Spiel. Ja, die. Warum zuckt das Auto so lustig? Äh, weiß ich nicht. Das ist der Server. Der hat nicht so eine spitzenmäßige Anwendung. Das ist der Server. ob wir top ten erreichen also ich bin mal ganz ehrlich mit euch ich würde sogar podium kohlen also das lange sie zur top ten ja echt ganz gut aus hätte ich am anfang nicht gedacht aber regen ist ja gut weniger geworden die mischverhältnisse waren von uns gut aus auskalkuliert ist mit dem boxen stops hat und point gepasst also ich glaube ich würde sie regnet ich würde sogar echt noch podium kohlen ehrlich gesagt wie schnell ist remo er fährt so glaube ich meine pace könnte podium echt drin sein weil ich habe jetzt die die zeiten der anderen alle nicht gesehen waren ja ticken schneller kriegen wir hin ich werde mir mal was zu essen machen bin gleich wieder da ja mach das max reifen müssen wir sowieso wechseln chat also in dem rennen müssen wir nicht reifen bremsen wechseln ja 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 Ich muss, wenn Max da ist, auch mal kurz auf Toilette, Leute. Kannst ja jetzt schon gehen. Ah, Vincent! Weißt du, was, gab's Essen? Ja... Oh-oh. Hast du eher gekriegt oder was? Nee, aber es ist... Mein, mein, mein Happy Level war... Also ich, ja, reden wir nicht drüber und fertig. Oh, schlechte Laune? Ich brauche erstmal ein paar Minuten, um mich wieder umzupegeln, ja. Okay. Also ist irgendwas Schlimmes passiert? Nee, aber ich bin ziemlich angefressen. Okay, cool. Okay, okay, okay. Chat, geh aufs Klo, Mann, jetzt noch mal. Bist du eigentlich Affiliate, oder? Ja. Ja? 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 Ja. Hey, Chat, wisst ihr was? Ihr könnt Vincent seine Tränen trocknen mit Twitch Prime. Wusstet ihr das schon? Wusstet ihr, dass ihr Vincent's Tränen trocknen könnt mit Twitch Prime? Das ist wirklich krass, Chat. Meine trocknen davon auch immer so schön. Also wirklich, jedes Mal, wenn ich mir so ein Twitch Prime in die Augen greibe, ist es einfach wie weggewischt. Twitch.tv Elwinko, das ist einfach... Ja, das glaube ich... Also da kann man mit Tränen... Also... Ich bin gleich wieder da. Ich geh kurz mal kacken. Jo, viel Spaß. So, ob der Beta jetzt echt funktioniert hat. Rodon. Ach so. Äh, ja, Rodon, danke für den Prime. Dankeschön. Ach so, ja, ist kein... Ja, doch. Loppi da. Hä? Oh Gott. Also das war eine andere unangenehme Wait, aber... Dankeschön. Oh Mann. Hi Loppi, äh... Robiko, dankeschön. Lukimäken. Dankeschön. Das ist sehr nett von euch, danke. Ist wirklich Zucker. Hä? Ich hab sogar mein Hype Train. What the fuck? Pog. Mein erster Hype Train. Cooking Commander, danke für den Prime. Ewio, danke für den Sub. What the fuck? Hey Leute, wir sind jetzt nicht komplett eskaliert alle. Ey. 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 Leute, Leute. Ganz gut. Hast du dich aus? Ey. Oh Gott. Oh ja, okay. Ah. Oh Gott. Nils, was hast du getan? Ah. Wollt ihr mich jetzt komplett ficken? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Bruder. Ich komm. Alter. Ach. Ach. Alter. Alter. Okay. Wow. Okay. Leute. Wow. Okay. Wow. Ähm. Äh. Äh. Nullmädchen. Nullmädchen. Koseba. Homsch. Cookie. Ja. Eskaliert halt. Ist das euer Ernst? Neu. Jungs. Da bin ich wieder. Halt. Ich probiere eskaliert. Alter. Alter. Level 553. Was? Was? Dizemo. Dizema. Jorge. Leute. Oh Gott. Das will. Was? Äh. Wuhu. Puff. Leute. Summer. Könnt ihr mal. Oh Gott. Das ist nicht. 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 Du bist mal reingebildet. Wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh my god. Äh. Wow. 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 Ja. Viel Spaß mit dem besten Immort of Twitch by the way. Möchte ich anmerken. Ähm. Das ist die DT schon. Ja. Hat sie schon weggefahren. Ja. Ah. Sind wir ein bisschen nach hinten gefallen. Ach. Alles gut Max. Ja. Aber sowas ist ja egal. Ärgerlich. Oh Jungs. Warte mal. Also. Ich muss jetzt mal kurz. Äh. Also. Boah. Ich guck. Äh. Äh. Evilo. Federmaus. Äh. Vigora. Danke für den Sub. Lucret. Danke für den Prime. Finality. Danke für den Prime. Essential. Danke für den Sub. Prex. Du hat einfach eine Zenerbombe knallen lassen. Vielen Dank dafür. Ich hab sie leider nicht so wie bei Nils. Dass ich da extra für so spezielle Dinge hab. Äh. Dampf Balut. Danke für den Prime. Eiskalt. Danke für deinen Sub. Eernaxe. Danke für deinen Prime. Molotan. Vielen vielen Dank auch von dir. Für diese Zenerbombe. Kexfan. Danke für deinen Prime. Super für den Sub. Mike für den Sub. Will Repeat. Danke für den Prime. Andy. Danke für den Sub. Fapse. Danke für den Sub. Joker. Danke für den Prime. Vielen vielen lieben Dank für diese. Unterstützung. Sacrileg. Danke für das Sub. Den Vinyls zugesteckt hast. Dankeschön. Ja. Rexo. Danke. Danke. Echt. 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 Dauer. Bot bei mir wird jetzt erstmal drei oder fünf Runden lang nochmal weitereskalieren. Aber er geht bei Remo und ich bin nicht wie bei Remo kaputt. Marmelade, da... Alles gut. Wie gesagt, ich mach das ja nicht, um auf sowas zu machen. Worte sind auch schön. Dankeschön. Danke, dass du es selber mal nicht an den Zug gesteckt hast. Nice to move. Wir sind beide schon wieder P2. Rubik fragt gerade nach gleich wieder Regen auf der Strecke. Nein. Sieht nicht danach aus. Es ist halt bewölkt, aber es hält sich so. Und jetzt ist es aber Schluss. Ja, jetzt noch Paypal spät. Ja, geht. Nee, nee. Wurde spielen. Der sie hat seine Uhr wieder an. Ja, ich warte eigentlich, wenn er auf dem Klo ist, dass er den 110er Puls eigentlich erreicht. Also das ist jetzt so pinkeln, was er macht. Beim scheißen hat er einen 110er Puls. Das weiß man. Okay. Das haben wir das haben wir letztes Mal festgestellt. Er steht, er war bei 120. War das bei den 12 Stunden Kealami oder was? Äh, nee, das war Imola. Achso, bei dem, okay. Äh, Janne, ich schrei genauso viel wie Nils. Aber es liegt auch darin, dass ich ein sehr lautes, redefreudiges Organ besitze. So, jeder. Nils, dir geht's schon gut, oder? Maga, ich musste gerade scheißen und hatte kein Klopapier. Ja, das ist jetzt das Problem. Ich musste mit untergelassenen Hosen durch die Wohnung laufen und Klopapier holen. Und deswegen war der Puls so hoch. Der war eher niedrig. Beim letzten Mal warst du bei 120. Jetzt warst du nur bei 90. Ja, na, Maga, ich mach Sport. Ich bin fit wie Turnschuhe. Ich ess gesund. Also, okay. Ja. Oh, das ist ein Turnier. Warum machst du kein Klopapier im Bad? Weil ich ein scheiß Single-Typ bin, der zu Hause wohnt und an sowas nicht denkt. Ganz einfach. Ich hab dich hier und Floorstecker, danke für die Follows. Aha, die Stimmung bei Winston ist besser. Twitch Prime, come on. Hey, gut. Das war nicht mit Twitch Prime, was da ankam. Ich hab meinen ersten Hype-Trend in 5G gehabt. Nice. Könnt ihr. Ja, das war anders heftig. Dankeschön. Super. Nochmal danke, vielen lieben Dank an alle. Das ist sehr nett von euch. Danke, Chad. Die Tränen sind getrocknet. Stimmung ist wieder on, fleek. Ja, das war echt ein Megalied. Dankeschön. Könnte man jetzt reincheben und sagen, mit Geld kann man kein Glück kaufen. Tja. Du übertreibst nicht mehr. Maka, übertreibst nicht mehr. Lass das einfach. Also es ist schöner im Porsche zu weinen als auf dem Fahrrad, habe ich mal gehört. Max, das fühle ich. Mein Klopapier ist in meinem Lagerraum. Und ich hab sonst immer eine Rolle extra, weil letztes Mal, als ich die extra Rolle genommen habe, habe ich keine extra Rolle zurückgelegt. Deswegen. Aber ich muss doch ganz ehrlich sagen, so lufttrocknen am Arsch fühlt sich auch geil an. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich bin der Natur-Bursche hier. Ja, ja, Nick. Das ist schon richtig so, ja. Ich weiß ja, mit zweiten Namen L. Schreihals. Das ist richtig. Ich habe mich mittlerweile genauso viele Namen wie Dizzy, was so normal anhängen könnte. Ich habe nicht viele Namen. DT Dizzy, Die Blase, schon mal zwei. Du hast gefragt, ob wir auf P1 aufholen. Äh. Ne, machen wir nicht. Also, Niklas fährt mit 005 und P1 fährt. Wir sind by the way auf Stadtsziel. Wir waren gerade in den Pits. Ne, Dreiviertelrunde Vorsprung. Dann jetzt wo, ja, kommt das drauf an. Also, der ist jetzt gerade eine 1.7 gefahren. Da hat er eine Sekunde schneller. Aber es kommt drauf an, ob er sich das hält. Abschachten, ja. Ich habe Staubkuchen gesagt, ey. Ne, aber wir holen nicht auf. Das ist relativ konstant. Also, sieht sehr konstant aus hier. Auf dem Diagramm. Was ist los, kleine Mietze-Pazza? Also, Harzi, Mecca, Liese, Dizzy würde ich jetzt nicht so fühlen, irgendwie. Ne, ihr seht das immer nur als Meckern an. Ich bringe immer nur Ruhe ins Team rein. Ihr versteht das als Meckern. Ja, das würde ich auch sagen, ja. Das ist Ruhe ins Team reinbringen. Es ist Mecca mit deinem Zwinker-Smiley, das du so gerne magst. Ne, so eine Scheiß benutze ich nicht. Das war ja der Witz-Nase. War nicht witzig. Keiner gelacht. Für mich war es das. Hehehe. Hat, äh... Hat Niklas schon Licht an? Nö. Ja, doch. Das ist keine. Achso. Hast du gehört, Vince? Er wird mit der Übersetzung nicht 100% warm. Ich habe seinen Stream nicht offen. Achso. Was für eine Übersetzung? Lenkübersetzung. Achso. Er hat gesagt, mit der anderen Lenkübersetzung kann er viel schneller fahren. Ich habe gesagt, mit der bin ich halt rum. Eigentlich, also ohne Scheiß, Winzel, im nächsten Rennen, also wirklich Paul Ricard, Moneypool, Alter. Ich, wirklich, geht nicht mehr. Ich krieg's kotzen. Ich kann mir das echt nicht mehr anhören. Nächstes Rennen. Also wirklich Paul Ricard, Moneypool. Ich schmeiß dir einen Karre nicht mehr so auf ihn weg. Geh weg mit deinem Scheiß gerüttelt. Die Nils ist schon nachts schweißgebadet. Wacht er auf, weil er das Rütteln vom G220 bei mir hat. Nee, ich will auch endlich mal keine angefahrenen Dings hier. Keine angefahrenen Reifen mehr von dir fahren. Ja, wie gesagt, Nils ist ein guter. Nils ist ganz gut. Es wird einen Moneypool Ersatz geben von Paypal. Der Moneypool ist weg, aber es wird was anderes geben, was den ersetzt. Habe ich gelesen. Ja, der geht ja noch bis September. Bis September hat Vincent und Rick und den ganzen Shit da zu Hause. Herr Rollster, danke für den Follower. Adari, danke für deinen Sub. Also bei Nils braucht man nichts zu sagen, Nils. Es ist ein ganz lieber. Zu dem man der Liebste so durch sein, nicht wahrzunehmen, langes Haar streichen möchte. Moneypool ist abgesagt, würd ich sagen. Was? Nee. So war das jetzt auch nicht gemeint. Gehst du gerade mit dem Chat, Nils, oder mit mir? Mit dir habe ich gesprochen. Also ich habe, ich habe, was, also der Nils, der gemeint war mit dem langen Haar, also mit dem nicht wahrzunehmen, langen Haar, was du. Aber ich glaube, du hast es so irgendwie verstanden. Hauptsache, kannst du... Ha, Sonic, du Arsch! So, ich bin nochmal ein bisschen AFK und bin später wieder da. Jo, später, Max. Solange das jetzt nicht dauerhaft so bleibt, Lexora, können wir das so machen. Wie, noch 75 Stunden? Was ist noch 75 Stunden? Eins, meine Witze sind so, keine Ahnung. 50% funktionieren sie, 50% funktionieren sie nicht. Aber meistens lau ich trotzdem drüber, also es tut mir leid. Irgendwie doch nicht. Äh, was sagt ein Pitbull aktuell zu der Pace? Zubat von der Pace. Ja, also holen wir auf. Zubat. P1. Ja. Ah. Finde ich cool. Machen wir. Also, Janik, ich freue mich auf Polica, weil Ferrari lässt sich da sicher gut fahren. Deuer hat da auch schon ein Setup, also... Reiner. Ich muss nachher aber auch noch mal zwei Stunden schlafen gehen, denke ich. Ja, mache... Wenn Max wieder da ist und du dann nicht alleine bist. Ja, wenn ich jetzt mit Niklas kurz alleine bin, ist das jetzt nicht so schlimm. Nee, ich lasse dich nicht mit Jack alleine. Zwei Stunden. Dann komme ich wieder und dann habe ich irgendwie 5000 Subs aus Versehen. Apropos, Chat. Meine Tränen sind jetzt Diamanten. Hör auf. Aber wo ist das? Hör auf. Wenn ich fahre, kannst du das machen, aber nicht, wenn ich da bin. Ich habe keine Tränen, die getrocknet werden müssen. Dafür den Arsch. Mein Arsch ist sauber. Ich habe mir gerade mit Mandelklopapier den Arsch abgeputzt. Hier lag ich. Ja, aber damit du nicht Luft trocknen musst. Ja. Dann würde ich dir so einen diamantenkronbesetzten Popotrockner kaufen. Mhm, 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 mhm. Freunden zu trinken, wir mal. Danke, Bomber. Schön, dass du mir verzeihst. Nee, viel lag ich habe ich mir schon gegönnt, Case. Und also wir haben ja zwei Monate 1400 Subs gehabt. Da kann man sich schon mal edel den Arsch abwischen. Sowieso was geschrieben hat. Finde ich es gut. Hier bin ich rasch mit meinen Twitch-Premsen. Und das war gut. Hat es sich schön angefühlt. Ja. Es ging zart durch. Janni, danke für den Vorleutsch. Willkommen. Ich glaube, das war jetzt heute schon wieder. Kannst du eine Klopapier-Empfehlung abgeben? Wir können ja demnächst mal meinen Einkauf von machen. Dann könnt ihr das sehen. Wobei ich habe, glaube ich, noch eineinhalb Packungen Klopapier. Techniklogger, danke für dein Prime. Haben wir hier... Okay, krass. Ja, okay. Ich habe das schon gesehen, Chat. Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Aber... Ich habe das gut befunden, was ihr getan habt. Und mich da nicht eingewischt. Ja, also Niklas, der brennt heute schon rein, ne? Also... Ja. Ja. Können wir gar nicht sehen, ne? Können wir den Kleinen gar nicht sehen. Der ist zu dunkel. Der ist zu dunkel, der Kleine. Kann doch nicht Map 1 ballern. Was? Wie lange bist du jetzt schon draußen, Niklas? Äh... Eine halbe Stunde. Map 1, glaube ich, nochmal reinzimmern. Ich wechsle die ganze Zeit hin und her. Ja, okay. Hast du einen Blick also, ja? Ja, ja. Sehr gut. Warum wechselt der hin und her? Lass ihn doch machen. Lass ihn doch machen. Der fährt schon lang genug, der weiß, was er macht. Ja, ja. Aber ich habe... Ich verstehe es halt nicht, warum. Deswegen wundert es mich gerade. Ist so eigentlich schöner vom Rhythmus her, dass du halt, ähm... So einfach deinen Stiefel... Äh... Wenn du an Map 2 fährst. Und dann einfach auf Map 1 und ab dafür machst. Ja, aber manche Menschen fahren anders als du. Und fühlen... Ja, das ist ja natürlich. Deswegen interessiert mich es ja zu erfahren, dann im Nachgang. Warum? Um das vielleicht irgendwie zu verstehen oder was mitnehmen zu können. Verstehst du? Vielleicht fühlt er das nicht jede Runde. Also wenn er jetzt eine Runde hat, wo er das von Anfang an irgendwie wegschmeißt äh... Und das nicht so richtig kommen. Ja, das kann auch sein. Ja, oder... Hatte manche Stellen Map 2 fahren, wenn du Traffic hast. Und dann... Ja, du... Ja. Stimmt. Auch gute Idee. So was an Teilmomenten einzusetzen. Aber gut, da musst du... Musst halt auch wirklich... Immerhin und her schalten. Das ist auch wild. Äh... Breaker, danke schön für drei Monate. Kosseber, danke, dass du Gurke hinzugesteckt hast. Vielen Dank. Musst halt gerade. Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Peace to me. It's good to be back. Hey, der Jan. Dankeschön für 12. Willkommen zurück. Du bist heute auch bei euch so verschwunden. Ja. So lange ich nicht mehr auf dem Show. Ich will zum Racing wirklich bewegen. Der Kosseber, so nett das auch ist. Aber ich bin aktuell, was das angeht, mit meinen CSL-Edite Pedalen mehr als zufrieden. Also... Ja, bis Paul Rekord. Bis Paul Rekord. Die ist aber schon bewusst, was eigentlich theoretisch alles... Ja, okay. Ja, weiß ich. Ja. Das sind wir nicht mehr im Klaren, ja. Also, dass wir hier nicht... Okay. Vincent, lass das einfach mal passieren. Das sag ich jedes Mal zu Xenthrin. Okay? Lass das mal passieren. Let the magic happen. Aber Coseva, es ist sehr nett von dir, aber... Habt deinen Spaß mit dem Fahrt rein, das sind ja sehr gute Dinger, mit denen kannst du ja auch sehr gut fahren. Hä? Der fährt doch schon Dings. Was? Heusingwelt. Ach so. Coseva fährt Heusingwelt. Ach so. Äh. Äh, Senfabla, ich werde wahrscheinlich, wenn Max nachher wieder da ist, werde ich nochmal eine Stunde oder zwei schlafen. Weil, äh, ich nämlich bis morgen Abend zum Schlafengehen durchmache. Denn, morgen früh ist Frühstücksfernsehen, simultan. Und, äh, ich will meinen Schlafrhythmus nicht kaputt machen. Das heißt, ich werde nachher wahrscheinlich nochmal ein Stündchen oder zwei schnorcheln. Und Coseva, ich habe mir das aufgeschrieben. Okay? Na klar, Burn. Ja, ihr wisst ja, wie meine Einstellung zu Sachen ausfallen lassen ist. Nicht so... Weil so machen wir morgen früh Frühstücksfernsehen mit Stay und dann fahren wir simultan Rennen. Machen wir beides. Ja, Coseva, alles gut. Kein Ding. Ich, ich, ich hab's, ich hab's. Ich kann dir da jetzt nicht sagen, aber ich, ich hab's im Hinterkopf, okay? Aber lass es bitte auf Ebay. Erstmal. Bitte. Und derzeit jetzt auch kein, kein... Ruhi-Ruhi-Machen. Ich möchte dich bis 0 Uhr nicht sehen. Doch, doch. Wie gesagt, ich werde nachher, denke ich mal, so um 9, 10, werde ich nochmal eine Stunde, zwei schlafen. Machen wir am besten zwei. Ja, je nachdem. Sehr gerne, danke für den Follower-Zier. Willkommen. Danke an euch alle. Im Gegensatz zu dir habe ich das schon so einigermaßen... Ja, ich hab jetzt... Trotz, dass ich jetzt meine erste Woche Ferien hab, mein Schlafflug muss tatsächlich ganz gut noch im Griff. Und wo das zwar 9 Uhr aufstehen jetzt nichts heißt, arbeite ich halt's regelmäßig ein. Mit Sport gehen und alles drum und dran. Nee, ich mach morgen Frühstück. Eins brauchen wir. Als ob ich's sehe. Frühstück machen, was für mich. Warte mal, warte ich dich süß von dir. Mein Bizeps-Flex? Was für ein Bizeps-Flex? Maga, ich hab gar kein Bizeps. Mit was soll ich denn flexen? Mit meinem Pudding-Arm oder was? Mit meinen Fledermaus-Flügeln? Das Einzige, womit ich flexen kann, ist mit 36 Jahre... Mit 36 Jahre Schwerkraft, die gewirkt haben auf meine Pudding-Arme. Ich glaub, der Bizeps wird sich dann eh bald verändern, ne? Keine Ahnung. Ne, wenn du das, äh, das, äh, das, das, das Ganzkörper-Ding machst, dann wird's schon... Hat er doch jetzt schon... Aber entschuldigung, dass es sich auf den ersten Blick aufgefallen ist, ist mein Fehler, sorry. Ja. Also ich seh da schon diese Züge... Die Bilder mal ein bisschen genauer angucken, die sich hier abends schicke vorm Schlafen gehen. Erst doch, ich hab da immer so halb verschlafen noch hingeguckt, da hab ich schon gedacht so, oh, scheiße. Du hättest jetzt auch anders wenden können, ne? Äh, bis jetzt steht kein Termin mit, äh, Sascha, wann wir fahren. Ich glaub, der übt jetzt erstmal aktuell. Ich vermute aber, er ist, glaub ich, mehr in iRacing drin gerade, ne? Ja, er, er, er ist, hat, hat, ja, er baut sich das da ein bisschen auf. Ihm taugt es mehr vom Fahrgefühl. Sieht man auch ehrlich gesagt deutlich, dass er sich in iRacing viel wohler fühlt. Ja, dann ist das doch sehr. Ja, ich, ist ja auch cool. Wann sollte man das machen, was, äh, am besten für einen ist? Ja, und wenn er seine Erfahrungen da mal hat und das ihn mal packt, dann sieht man ja auch dann vielleicht, dass sich das nochmal ergibt in Zukunft. Also ich würd mich drüber freuen. Jeder würde sich drüber freuen. Ja, ja, ich weiß, Old Shoes. Also ich installiere das wieder die Tage. Ist ja gut. Hab schon den Hint verstanden. Du kriegst dein Fefe-Renn noch. Ist gut, hab, hab verstanden den Hint. Ich hab schon gewohnt mal hier. Alka, ich hab aktuell einen Personal Trainer und der hat mir ein Trainingsprogramm zusammengebaut, weil ich aktuell sehr viel laufe und ich aber auch was für meinen Körper tun muss. Das geht ab nächstes Woche los. Mit was für Übungen ist das eigentlich gemixt? Na, jeder, jede Muskelgruppe, ne? Ja. Das fünfte Streaming-Setup in der Garage, nee, das wird der ARL-Bruck sein. Das wird nur der ARL-Bruck sein. Ja, ich glaub der Maxim hat das ja mal.